Kapitel 1 Und Salomo, der Sohn Davids, wurde mächtig in seinem Königtum, und der Herr, sein Gott, war mit ihm und machte ihn immer größer. Und Salomo redete mit ganz Israel, mit den Obersten über tausend und über hundert, mit den Richtern und mit allen Fürsten in Israel, mit den Häuptern der Sippen, dass sie hingingen, Salomo und die ganze Gemeinde mit ihm, zu der Höhe, die bei Gibeon war. Denn dort war die Stiftshütte Gottes, die Mose, der Knechtesherrn, in der Wüste gemacht hatte. Nur die Lade Gottes hatte David heraufgebracht von Kiriathierim an den Ort, den er ihr bereitet hatte. Denn er hatte ihr ein Zelt aufgeschlagen zu Jerusalem. Auch der kupferne Altar, den Bezalel, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs, gemacht hatte, war dort vor der Wohnung des Herrn. Und Salomo und die Gemeinde pflegten, ihn aufzusuchen. Und Salomo opferte vor dem Herrn tausend Brandopfer auf dem kupfernen Altar, der vor der Stiftshütte stand. In derselben Nacht aber erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach zu Gott, du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater David getan und hast mich an seiner Stadt zum König gemacht. So lass nun, Herr Gott, dein Wort an meinen Vater David wahr werden. Denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so viel ist wie Staub auf Erden. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe. Denn wer kann dies dein großes Volk richten? Da sprach Gott zu Salomo, weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten um Reichtum, noch um Gut, noch um Ehre, noch um deiner Feinde Tod, noch um langes Leben, sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe. So sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und auch die nach dir nicht haben werden. So kam Salomo von der Höhe, die bei Gibeon war, von der Stiftshütte nach Jerusalem und regierte über Israel. Und Salomo brachte Wagen und Reiter zusammen, sodass er 1400 Wagen und 12.000 Reiter hatte, und legte sie in die Wagenstätte und zum König nach Jerusalem. Und der König brachte es dahin, dass es in Jerusalem so viel Silber und Gold gab wie Steine und so viele Zedern wie Maulbeerbäume im Hügelland. Und man brachte Salomo Pferde aus Ägypten und aus Kohä. Die Kaufleute des Königs kauften sie aus Kohä zu ihrem Preis. Aus Ägypten aber brachten sie herauf den Wagen für 600 Silberstücke und das Pferd für 150. Dann führten sie diese wieder aus an alle Könige der Hethiter und an die Könige von Aram. Und Salomo gedachte, dem Namen des Herrn ein Haus zu bauen und auch ein Haus für sich als König. Kapitel 2 Und Salomo zählte 70.000 ab, die Lasten tragen, und 80.000, die im Gebirge Steine hauen sollten, und 3600 Aufseher über sie. Und Salomo sandte zu Hiram, dem König von Tyrus, und ließ ihm sagen, Wie du mit meinem Vater David tatest und dem Zedern sandest, dass er sich ein Haus baute, in dem er wohnte. Siehe, ich will dem Namen des Herrn meines Gottes ein Haus bauen, das ihm geheiligt werde, um gutes Räucherwerk vor ihm darzubringen und ständig Schaubrote zuzurichten und Brandopfer am Morgen und am Abend an den Sabbaten und Neumonden und an den Festen des Herrn unseres Gottes, wie es alle Zeit für Israel gilt. Und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein, denn unser Gott ist größer als alle Götter. Aber wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen? Denn der Himmel und aller Himmel, Himmel, können ihn nicht fassen. Wer bin ich denn, dass ich ihm ein Haus baue, es sei denn, um vor ihm zu opfern? So sende mir nun einen tüchtigen Mann, der mit Gold, Silber, Kupfer, Eisen, rotem Purpur, Scharlach und blauem Purpur arbeiten kann und der Bildwerk zu schnitzen versteht, zusammen mit den Meistern, die bei mir in Judah und Jerusalem sind und die mein Vater David bestellt hat. Und sende mir Zedern, Zypressen und Sandelholz vom Libanon, denn ich weiß, dass deine Leute verstehen, das Holz auf dem Libanon zu hauen. Und siehe, meine Leute sollen mit deinen Leuten sein, dass man mir viel Holz zubereite, denn das Haus, das ich bauen will, soll groß und prächtig sein. Und siehe, ich will den Holzhauern, deinen Leuten, die das Holz behauen, zweihunderttausend Scheffel Weizen und zweihunderttausend Scheffel Gerste und zwanzigtausend Eimer Wein und zwanzigtausend Eimer Öl zur Speise geben. Da antwortete Hiram, der König von Tirus, in einem Brief und sandte zu Salomo, da der Herr sein Volk liebt, hat er dich zum König über sie gemacht. Und Hiram schrieb weiter, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels der Himmel und Erde gemacht hat, dass er dem König David einen weisen, klugen und verständigen Sohn gegeben hat, der dem Herrn ein Haus bauen will und auch ein Haus für sich als König. So sende ich nun einen tüchtigen und verständigen Mann, Hiram, meinen Berater. Er ist der Sohn einer Frau von den Töchtern Danz, und sein Vater ist ein Türer gewesen. Der versteht zu arbeiten mit Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Steinen, Holz, rotem und blauem Purpur, feiner Leinwand und Scharlach und Bildwerk zu schnitzen und alles, was man ihm aufgibt, kunstreich zu machen mit deinen Meistern und mit den Meistern meines Herrn, des Königs David, deines Vaters. Mein Herr, sende nun seinen Leuten, wie er gesagt hat, Weizen, Gerste, Öl und Wein, so wollen wir das Holz hauen auf dem Libanon, so viel du bedarfst, und wollen es auf Flößen übers Meer nach Jaffo bringen. Von da musst du es hinauf nach Jerusalem schaffen. Kapitel 3 Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen, in Jerusalem auf dem Berge Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an der Stätte, die David auf der Tenne Ornans des Jebusiters zubereitet hatte. Im zweiten Monat am zweiten Tage, im vierten Jahr seiner Herrschaft, fing er an, zu bauen. Und dies sind die Maße, nach denen Salomo das Haus Gottes baute. Die Länge sechzig Ellen nach altem Maß, die Breite zwanzig Ellen. Und die Vorhalle, die sich davor befand, war nach der Breite des Hauses zwanzig Ellen lang, die Höhe aber war hundertzwanzig Ellen. Und er überzog sie innen mit lauterem Gold. Die große Halle aber täfelte er mit Zypressenholz und überzog sie mit dem besten Gold und brachte darauf Palmen und Blumenwerk an. Und er zierte die Halle mit edlen Steinen zum Schmuck. Das Gold aber war Parvajim-Gold. Und er überzog die Halle, die Balken und die Schwellen samt ihren Wänden und Türen mit Gold und ließ auf die Wände Cherubim schnitzen. Er machte auch den Raum des Allerheiligsten. Dessen Länge war zwanzig Ellen nach der Breite des Baues, und seine Breite war auch zwanzig Ellen. Und er überzog ihn mit dem besten Gold an sechshundert Zentner. Und er gab auch für die Nägel fünfzig Lot Gold an Gewicht und überzog die Obergemächer mit Gold. Er machte auch im Raum des Allerheiligsten zwei Cherubim kunstreiche Werke und überzog sie mit Gold. Und die Länge der Flügel der Cherubim war zwanzig Ellen, so dass ein Flügel fünf Ellen hatte und an die Wand des Hauses rührte und der andere Flügel auch fünf Ellen hatte und an den Flügel des anderen Cherubs rührte. So hatte auch der eine Flügel des anderen Cherubs fünf Ellen und rührte an die Wand des Hauses, und sein anderer Flügel hatte auch fünf Ellen und rührte an den Flügel des anderen Cherubs, so dass diese Flügel der Cherubim zwanzig Ellen weit ausgebreitet waren. Und sie standen auf ihren Füßen, und ihr Antlitz war zur Halle hingewandt. Er machte auch einen Vorhang von blauem und rotem Purpur, von Scharlach und feiner Leinwand, und brachte Cherubim darauf an. Und er machte vor dem Hause zwei Säulen, fünfunddreißig Ellen hoch, und der Knauf oben darauf fünf Ellen, und machte Ketten zum Gitterwerk, und tat sie oben an die Säulen, und machte hundert Granatäpfel, und tat sie an die Ketten, und richtete die Säulen auf vor dem Tempel, eine zur rechten und die andere zur linken, und nannte die zur rechten Jachin, und die zur linken Boas. Kapitel 4 Er machte auch einen kupfernen Altar, zwanzig Ellen lang und breit und zehn Ellen hoch. Und er machte das Meer, gegossen von einem Rand zum anderen zehn Ellen breit, ganz rund, fünf Ellen hoch, und eine Schnur von dreißig Ellen konnte es umspannen. Und unter ihm umgaben es ringsum Gestalten, Rindern vergleichbar, und es waren um das Meer her zehn Knoten je Elle. Zwei Reihen bildeten die Knoten, die bei dem Guss mit angegossen waren. Es stand aber auf zwölf Rindern, von denen drei nach Norden gewandt waren, drei nach Westen, drei nach Süden und drei nach Osten, und das Meer stand oben auf ihnen, und ihre Hinterteile waren alle nach innen gekehrt. Die Stärke seiner Wand war eine Hand breit, und sein Rand war wie eines Bechers Rand, wie eine aufgegangene Lilie, und es fasste dreitausend Eimer. Und er machte zehn Kessel, von ihnen stellte er fünf zur rechten und fünf zur linken, um in ihnen zu waschen, nämlich was zum Brandopfer gehört, sollte man darin abspülen. Das Meer aber stellte er auf, dass sich die Priester darin waschen sollten. Er machte auch zehn goldene Leuchter, wie sie sein sollten, und stellte sie in die Tempelhalle, fünf zur rechten und fünf zur linken, und machte zehn Tische und tat sie in die Tempelhalle, fünf zur rechten und fünf zur linken, und machte hundert goldene Schalen. Er machte auch einen Vorhof für die Priester und einen großen Vorhof und Türen für den Vorhof und überzog die Türen mit Kupfer und setzte das Meer rechts vor das Haus nach Süden hin. Und Hiram machte Töpfe, Schaufeln und Becken. Danach vollendete Hiram die Arbeit, die er für den König Salomotat am Hause Gottes, nämlich die zwei Säulen mit den kugeligen Knäufen oben auf beiden Säulen und die zwei Gitterwerke, zu bedecken beide kugeligen Knäufe oben auf den Säulen, und die vierhundert Granatäpfel an den beiden Gitterwerken, zwei Reihen Granatäpfel an jedem Gitterwerk, zu bedecken beide kugeligen Knäufe, die oben auf den Säulen waren. Auch machte er die Gestelle und die Kessel auf den Gestellen und das Meer und die zwölf Rinder darunter. Dazu machte Hiram sein Berater dem König Salomotöpfe, Schaufeln, Gabeln samt allen Gefäßen für das Haus des Herrn von geglättetem Kupfer. In der Gegend des unteren Jordan ließ sie der König gießen in der Gießerei von Adama zwischen Sukkot und Zeredar. Und Salomo machte sehr viel von allen diesen Geräten, sodass das Gewicht des Kupfers nicht zu erforschen war. Und Salomo machte alles Gerät für das Haus Gottes, nämlich den goldenen Altar und die Tische mit den Schaubroten darauf, die Leuchter mit ihren Lampen von lauterem Gold, dass sie brennen vor dem Chorraum nach der Ordnung. Und die Blumen und die Lampen und die Scheren waren golden, das war alles ganz aus Gold. Auch die Messer, Schalen, Löffel und Pfannen waren von lauterem Gold. Und an den Eingängen des Hauses waren die inneren Türen zum Allerheiligsten und die Türen zur Tempelhalle aus Gold. Kapitel 5 Also wurde alle Arbeit vollbracht, die Salomo am Hause des Herrn tat. Und Salomo brachte hinein alles, was sein Vater David geheiligt hatte, und legte das Silber und Gold und alle Geräte in den Schatz im Hause Gottes. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebenten Monat gefeiert wird. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten, hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Städte in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Städte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden vor dem Chorraum in der Tempelhalle sah, aber von außen sah man sie nicht. Und sie war dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen hinaus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass sie sich an die Ordnungen hielten. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaph, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Pseitern und Harfen, und bei ihnen hundertundzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompetenzimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit wehrt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Kapitel 6 Da sprach Salomo, der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. So habe ich nun ein Haus gebaut, dir zur Wohnung und einen Sitz, da du ewiglich wohnest. Und der König wandte sein Antlitz und segnete die ganze Gemeinde Israel, während sie stand und sprach, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der durch seinen Mund meinem Vater David zugesagt und es mit seiner Hand erfüllt hat, als er sagte, Seit der Zeit, da ich mein Volk aus Ägyptenland geführt habe, habe ich keine Stadt erwählt, aus allen Stämmen Israels ein Haus zu bauen, das mein Name da selbst sein sollte, und habe auch keinen Mann erwählt, das er Fürst sein sollte über mein Volk Israel. Aber Jerusalem habe ich erwählt, das mein Name da selbst sei, und David habe ich erwählt, das er über mein Volk Israel Herr sei. Und als mein Vater David im Sinn hatte, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen, sprach der Herr zu meinem Vater David, Du hast wohlgetan, dass du im Sinn hast, meinem Namen ein Haus zu bauen. Doch nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Sohn, der von dir kommen wird, soll meinem Namen das Haus bauen. So hat nun der Herr sein Wort wahrgemacht, dass er geredet hat. Denn ich bin zur Macht gekommen, an meines Vaters David statt und sitze auf dem Thron Israels, wie der Herr zugesagt hat, und habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus gebaut und habe die Lade hineingebracht, in der die Tafeln des Bundes des Herrn sind, den er mit den Kindern Israel geschlossen hat. Und er trat vor den Altar des Herrn, angesichts der ganzen Gemeinde Israel, und breitete seine Hände aus. Aber Salomo hatte eine Kanzel aus Kupfer gemacht und mitten in den Vorhof gestellt, fünf Ellen lang und breit und drei Ellen hoch. Auf diese trat er und fiel nieder auf seine Knie, angesichts der ganzen Gemeinde Israel, und breitete seine Hände aus gen Himmel, und sprach, Herr, Gott Israels, es ist kein Gott dir gleich, weder im Himmel noch auf Erden, der du hältst, den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln, von ganzem Herzen. Du hast deinem Knecht David, meinem Vater, gehalten, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, so wie es heute ist. Nun, Herr Gott Israels, beishalte deinem Knecht David, meinem Vater, was du ihm zugesagt hast. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor mir steht, der auf dem Thron Israels sitzt, sofern deine Söhne ihren Weg bewahren, dass sie wandeln in meinem Gesetz, wie du vor mir gewandelt bist. Nun, Herr Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht David zugesagt hast. Aber sollte Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber, Herr mein Gott, zu dem Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, dass du erhörest das Bitten und Beten deines Knechtes vor dir. Lass deine Augen offen sein über diesem Hause Tag und Nacht über der Stätte, von der du gesagt hast, du wollest deinen Namen da selbst wohnen lassen. Dass du hörest das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte beten wird. So höre nun das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, wenn sie bitten werden an dieser Stätte. Höre es von der Stätte deiner Wohnung vom Himmel her und wenn du es hörst, wollest du gnädig sein. Wenn jemand an seinem Nächsten sündigt und es wird ihm ein Fluch auferlegt, sich selbst zu verfluchen und er kommt und verflucht sich vor dem Altar an diesem Hause, so wollest du hören im Himmel und Recht schaffen deinen Knechten, dass du den Frevler als Frevler erkennen und seine Tat auf sein Haupt kommen lässt, den aber, der im Recht ist, gerecht sprichst und ihm gibst nach seiner Gerechtigkeit. Wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie an dir gesündigt haben und sie bekehren sich dann und bekennen deinen Namen, bitten und flehen vor dir in diesem Hause, so wollest du hören vom Himmel her und vergeben die Sünde deines Volkes Israel und sie in das Land zurückbringen, das du ihnen und ihren Vätern gegeben hast. Wenn der Himmel verschlossen ist, dass es nicht regnet, weil sie an dir gesündigt haben und sie beten dann an dieser Stätte und bekennen deinen Namen und bekehren sich von ihren Sünden, weil du sie bedrängt hast, so wollest du hören im Himmel und vergeben die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, dass du sie den guten Weg lehrest, auf dem sie wandeln sollen und regnen lassest auf dein Land, dass du deinem Volk zum Erbe gegeben hast. Wenn eine Hungersnot im Lande sein wird oder Pest oder Dürre, Getreidebrand, Heuschrecken, Raupen oder wenn sein Feind im Lande seine Städte belagert oder irgendeine Plage oder Krankheit da ist, wer dann bittet oder fleht, es seien einzelne Menschen oder dein ganzes Volk Israel, wenn jemand seine Plage und Schmerzen fühlt und seine Hände ausbreitet zu diesem Hause, so wollest du hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung. Und gnädig sein und jedermann geben nach all seinem Wandel, wie du sein Herz erkennst. Denn du allein erkennst das Herz der Menschenkinder. Damit sie dich fürchten und wandeln in deinen Wegen alle Tage, solange sie in dem Lande leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Auch wenn ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, aus fernen Landen kommt um deines großen Namens und deiner mächtigen Hand und deines ausgereckten Arms willen und zu diesem Hause hin betet, so wollest du hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung und alles tun, warum er dich anruft, auf dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel und inne werden, dass dein Name über diesem Hause genannt ist, das ich gebaut habe. Wenn dein Volk auszieht in den Krieg gegen seine Feinde auf dem Wege, den du sie senden wirst, und sie zu dir beten nach dieser Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen hören, vom Himmel her und ihnen zu ihrem Recht helfen. Wenn sie an dir sündigen werden, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie zürnst und sie vor ihren Feinden dahin gibst und diese sie gefangen wegführen in ein fernes oder nahes Land, und sie nehmen es sich dann zu Herzen in dem Land, in dem sie gefangen sind, und bekehren sich und flehen zu dir im Lande ihrer Feinde und sprechen, wir haben gesündigt, übel getan und sind gottlos gewesen, und sich von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu dir bekehren im Lande ihrer Feinde, in dem man sie gefangen hält, und sie beten nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast, und nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung und ihnen zu ihrem Recht helfen und deinem Volk vergeben, das an dir gesündigt hat. So lass nun, mein Gott, deine Augen offen sein und deine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Und nun mache dich auf, Herr Gott, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Macht. Lass deine Priester, Herr Gott, mit Heil angetan werden und deine Heiligen sich freuen des Guten. Du, Herr Gott, weise nicht ab das Antlitz deines Gesalbten. Gedenk an die Gnaden, die du deinem Knechte David verheißen hast. Kapitel 7 Und als Salomo sein Gebet vollendet, hatte viel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, so dass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten, weil es Herrn Herrlichkeit das Haus des Herrn erfüllte. Und alle Kinder Israel sahen das Feuer herabfallen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Hause und sie fielen auf ihre Knie mit dem Antlitz zur Erde aufs Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewiglich wehrt. Der König aber und das ganze Volk opferten vor dem Herrn. Zweiundzwanzigtausend Rinder und hundertzwanzigtausend Schafe opferte der König Salomo. Und so weiten der König und das ganze Volk des Haus Gottes ein. Die Priester aber übten ihren Dienst aus und die Leviten standen dabei mit den Seitenspielen des Herrn, die der König David hatte machen lassen, dem Herrn zu danken, dass seine Barmherzigkeit ewiglich wehrt mit den Psalmen Davids, die sie sangen. Und die Priester bliesen Trompeten ihnen gegenüber und ganz Israel stand. Und Salomo weite die Mitte des Vorhofes, der vor dem Hause des Herrn war, denn er hatte dort Brandopfer und das Fett der Dankopfer dargebracht. Denn der kupferne Altar, den Salomo hatte machen lassen, konnte nicht alle Brandopfer, Speisopfer und das Fett fassen. Und Salomo hielt damals das Fest sieben Tage lang und ganz Israel mit ihm, eine sehr große Gemeinde, von Hamad an bis an den Bach Ägyptens. Am achten Tage aber hielten sie eine Versammlung, denn die Einweihung des Altars hielten sie sieben Tage und das Fest auch sieben Tage. So ließ er am dreiundzwanzigsten Tage des siebenten Monats das Volk fröhlich heimgehen und guten Mutes über all das Gute, das der Herr an David, Salomo und seinem Volk Israel getan hatte. So vollendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs und es gelang ihm alles, was ihm in den Sinn gekommen war, am Hause des Herrn und an seinem Hause auszuführen. Und der Herr erschien Salomo des Nachts und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet erhört und diese Stätte mir zum Opferhaus erwählt. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütig, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. So sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. So habe ich nun dies Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name dort sein soll ewiglich und meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Zeit. Und wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, dass du alles tust, was ich dich heiße und meine Gebote und Rechte hältst, so will ich den Thron deines Königtums bestätigen, wie ich mit deinem Vater David einen Bund geschlossen habe und gesagt, es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der über Israel Herr sei. Werdet ihr euch aber abkehren und meine Rechte und Gebote, die ich euch vorgelegt habe, verlassen und hingehen und anderen Göttern dienen und sie anbeten, so werde ich Israel ausreißen aus meinem Lande, das ich ihnen gegeben habe. Und dies Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen und werde es zum Hohn machen und zum Spott unter allen Völkern. Und vor diesem Hause, das so hoch erhoben wurde, werden sich entsetzen alle, die vorüber gehen und sagen, warum ist der Herr mit diesem Hause und mit diesem Lande so verfahren? Und man wird sagen, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter verlassen haben, der sie aus Ägyptenland geführt hat, und sie sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben, darum hat er all dies Unheil über sie gebracht. Kapitel 8 Und nach zwanzig Jahren, in denen Salomo des Herrn Haus und sein Haus gebaut hatte, er hatte auch die Städte, die Hiram Salomo gegeben hatte, ausgebaut und ließ die Kinder Israel darin wohnen, da zog Salomo gegen Hamad Zobar und eroberte es. Er baute Tatmor in der Wüste aus und alle Städte mit Kornspeichern, die er in Hamad angelegt hatte. Auch das obere und untere Beth Horon, dass sie feste Städte wurden, mit Mauern, Toren und Riegeln. Dazu Baalat und alle Städte mit Kornspeichern, die Salomo hatte, und alle Wagen- und Reiterstädte und alles, was Salomo in Jerusalem und auf dem Libanon und im ganzen Lande seiner Herrschaft zu bauen wünschte. Alles Volk, das noch übrig war, von den Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hevitern und Jebusitern, die nicht zu Israel gehörten, ihre Nachkommen, die im Lande übrig geblieben waren, die Israel nicht vertilgt hatte, machte Salomo zu Frohnarbeitern bis auf diesen Tag. Aber von den Kindern Israel machte Salomo keinen zum Knecht für sein Werk, sondern sie waren Kriegsleute, seine Obersten und Ritter und Hauptleute über seine Wagen und Reiter. Und es waren zweihundertfünfzig oberste Amtleute des Königs Salomo, die über die Leute geboten. Und Salomo führte die Tochter des Pharao herauf aus der Stadt Davids in das Haus, das er für sie gebaut hatte. Denn er sprach, eine Frau soll mir nicht wohnen im Hause Davids des Königs von Israel, denn es ist geheiligt, weil die Lade des Herrn hineingekommen ist. Von da an opferte Salomo dem Herrn Brandopfer auf dem Altar des Herrn, den er gebaut hatte, vor der Vorhalle, wie es vorgeschrieben war im Gesetz des Mose, zu Opfern an jedem Tag, an den Sabbaten, Neumonden und Festen des Jahres dreimal, nämlich am Fest der ungesäuerten Brote, am Wochenfest und am Laubhüttenfest. Und er bestellte die Ordnungen der Priester zu ihrem Amt, wie es sein Vater David bestimmt hatte, und die Leviten zu ihrem Dienst, was sie lobten und dienten vor den Priestern, wie es jeder Tag erforderte, und die Torhüter nach ihren Ordnungen, jede an ihrem Tor. Denn so hatte es David, der Mann Gottes, befohlen. Und man wich in keiner Hinsicht vom Gebot des Königs über die Priester und Leviten, auch nicht bei den Schätzen. So wurde alles Werk Salomos ausgeführt, von dem Tage an, da das Herrnhaus gegründet wurde, bis er das Haus des Herrn ganz vollendet hatte. Zu der Zeit zog Salomo nach Etion-Geber und nach Elad am Ufer des Meeres im Lande Edom. Und Hiram sandte ihm durch seine Leute Schiffe und auch Leute, die des Meeres kundig waren, und sie fuhren mit den Leuten Salomos nach Ophir und holten von da vierhundertfünfzig Centner Gold und brachten es dem König Salomo. Kapitel 9 Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie mit einem sehr großen Gefolge nach Jerusalem, mit Kamelen, die viel Spezerei und Gold trugen, und Edelsteine, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und als sie zu Salomo kam, redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und der König gab ihr Antwort auf alles, was sie fragte, und es war Salomo nichts verborgen, was sie ihr nicht hätte sagen können. Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, die Speisen für seinen Tisch, die Rangordnung seiner Großen, das Aufwarten seiner Diener und ihrer Kleider, seine Mundschenken mit ihren Kleidern und seine Brandopfer, die er im Hause des Herrn darbrachte, da geriet sie vor Staunen außer sich und sprach zum König, Es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Ich aber wollte es nicht glauben, bis ich gekommen bin und es mit meinen Augen gesehen habe. Und siehe nicht die Hälfte von deiner großen Weisheit, hat man mir gesagt. Du bist größer als die Kunde, sagte, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und glücklich diese deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Der Herr, dein Gott, sei gelobt, der dich lieb hat, dass er dich auf seinen Thron gesetzt hat, zum König des Herrn deines Gottes. Weil dein Gott Israel lieb hat, auf das er es ewiglich bestehen lasse, darum hat er dich über sie zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übest. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Späzerei und Edelsteine. Es gab keine Späzerei wie diese, die die Königin von Saba dem König Salomo gab. Die Leute Hirams und die Leute Salomos, die Gold aus Ophir einführten, brachten auch Sandel, Holz und Edelsteine. Und Salomo ließ aus dem Sandel Holz Treppen im Hause des Herrn und im Hause des Königs machen und Harfen und Zittern für die Sänger. Solches Holz hatte man früher im Lande Judah nie gesehen. Und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was ihr erbart, mehr als die Gastgeschenke, die sie dem König gebracht hatte. Und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. Und es war das Gewicht des Goldes, das Salomo in einem Jahr gebracht wurde, 666 Zentner, außer dem, was die Händler und Kaufleute brachten. Auch alle Könige der Araber und die Stadthalter brachten Gold und Silber zu Salomo. Daraus machte der König Salomo 200 große Schilde von bestem Gold, so dass 600 Lot Gold auf einen Schild kam und 300 kleine Schilde von bestem Gold, so dass 300 Lot Gold auf einen kleinen Schild kam. Und der König brachte sie in das Libanon-Waldhaus. Und der König machte einen großen elfenbeinernen Thron und überzog ihn mit lauterem Gold. Und der Thron hatte sechs Stufen und einen goldenen Fußschemel am Thron, und er hatte Lehnen auf beiden Seiten am Sitz, und zwei Löwen standen neben den Lehnen. Und zwölf Löwen standen auf den sechs Stufen zu beiden Seiten. Dergleichen ist nicht gemacht worden in irgendeinem Königreich. Und alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold, und alle Gefäße des Libanon-Waldhauses waren aus lauterem Gold, denn das Silber wurde zur Zeit Salomos für nichts geachtet. Denn die Schiffe des Königs, die mit den Leuten Hirams nach Tarsis fuhren, kamen in drei Jahren einmal und brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. So wurde der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden. Und alle Könige auf Erden begehrten Salomo zu sehen, um seine Weisheit zu hören, die ihm Gott in sein Herz gegeben hatte. Und sie brachten ihm jährlich an jeder sein Geschenk, silberne und goldene Gefäße, Kleider, Waffen, Spitzerei, Rosse und Maultiere. Und Salomo hatte viertausend Pferde und Wagen und zwölftausend Reiter, und man legte sie in die Wagenstätte und zu dem König nach Jerusalem. Und er war ein Herr über alle Könige vom Euphrat an bis zu dem Land der Philister und bis zu der Grenze Ägyptens. Und der König brachte es dahin, dass es in Jerusalem so viel Silber gab wie Steine und so viele Zedern wie Maulbeerbäume im Hügelland. Und man führte für Salomo Rosse ein aus Ägypten und aus allen Ländern. Was aber mehr von Salomo zu sagen ist, das frühere und das spätere, siehe das steht geschrieben in der Geschichte des Propheten Nathan, sowie in den Prophezeiungen Ahias von Silo und in den Gesichten des Seers Jedo gegen Jerobeam, den Sohn Nebats. Und Salomo regierte zu Jerusalem über ganz Israel vierzig Jahre. Und Salomo legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Stadt Davids seines Vaters. Und sein Sohn Rehabeam wurde König an seiner Stadt. Kapitel 10 Rehabeam zog nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Und als das Jerobeam hörte, der Sohn Nebats, der in Ägypten war, wohin er vor dem König Salomo geflohen war, kam er aus Ägypten zurück. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Und Jerobeam kam mit ganz Israel und sie geredeten mit Rehabeam und sprachen, dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht. So erleichtere nun du den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch, das er auf uns gelegt hat, so wollen wir dir untertan sein. Er sprach zu ihnen, kommt nach drei Tagen wieder zu mir. Und das Volk ging hin. Und der König Rehabeam hielt einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch am Leben war und sprach, wie ratet ihr, dass ich diesem Volk Antwort gebe. Sie sprachen zu ihm, wirst du zu diesem Volk freundlich sein und sie gütig behandeln und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir untertan sein alle Zeit. Er aber ließ außer Acht den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt einen Rat mit den Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm standen und sprach zu ihnen, was ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten, das zu mir gesagt hat, erleichtere das Joch, das dein Vater auf uns gelegt hat. Die Jüngeren aber, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zu ihm, so sollst du sagen, zu dem Volk, das zu dir gesprochen hat. Dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, mach du unser Joch leichter, so sollst du zu ihnen sagen. Mein kleiner Finger soll dicker sein, als meines Vaters Lenden. Hat nun mein Vater auf euch ein schweres Joch gelegt, so will ich euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionen züchtigen. Als nun Jerobeam und alles Volk am dritten Tage zu Rehaberam kam, wie der König gesagt hatte, kommt wieder zu mir am dritten Tage, antwortete ihnen der König hart. Und der König Rehaberam ließ außer Acht den Rat der Ältesten und redete mit ihnen nach dem Rat der Jüngeren und sprach, hat mein Vater euer Joch schwer gemacht, so will ich's noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. So hörte der König nicht auf das Volk, denn es war so von Gott bestimmt, damit der Herr sein Wort wahrmachte, dass er durch Ahia von Silo zu Jerobeam, dem Sohn Nebatz, gesagt hatte. Als aber ganz Israel sah, dass der König nicht auf es hörte, antwortete das Volk dem König und sprach, was haben wir für Teil an David oder Erbe am Sohn Isais, jeder Mann von Israel auf zu seiner Hütte, so sorgen nun du für dein Haus, David. Und ganz Israel ging heim, so dass Rehaberam nur über die Kinder Israel regierte, die in den Städten Judas wohnten. Und als der König Rehaberam den Fronfugt Adoram sandte, steinigten ihn die von Israel zu Tode. Aber der König Rehaberam stieg eilends auf seinen Wagen und floh nach Jerusalem. Also fiel Israel ab vom Hause David bis auf diesen Tag. Kapitel 11 Und als Rehaberam nach Jerusalem kam, sammelte er das Haus Judah und Benjamin 180.000 streitbare Männer, um gegen Israel zu kämpfen, damit sie das Königtum an Rehaberam zurückbrächten. Aber das Herrenwort kam zu Shemaja, dem Mann Gottes. Sage Rehaberam, dem Sohn Salomos, dem König von Judah und all denen von Israel, die in Judah und Benjamin wohnen, so spricht der Herr. Ihr sollt nicht hinaufziehen und gegen eure Brüder kämpfen. Ein jeder gehe wieder heim, denn das ist von mir geschehen. Sie gehorchten den Worten des Herrn, kehrten um und zogen nicht gegen Jerobeam. Rehaberam aber wohnte in Jerusalem und baute Städte in Judah zu Festungen aus, nämlich Bethlehem, Etam, Tekoa, Bethzur, Soho, Adulam, Gad, Maresha, Sif, Adorayim, Lachisch, Asika, Zora, Ayalon und Hebron. Das waren die festen Städte in Judah und Benjamin. Und er machte die Festungen stark und setzte Hauptleute über sie und legte Vorrat von Speise, Öl und Wein, sowie Schilde und Spieße in alle Städte, so machte er sie sehr stark. Und Judah und Benjamin waren ihm untertan. Die Priester aber und die Leviten von ganz Israel hielten sich zu ihm aus ihrem ganzen Gebiet, denn die Leviten verließen ihre Ortschaften und ihre Habe und kamen nach Judah und Jerusalem. Denn Jerobeam und seine Söhne hatten sie verstoßen, dass sie das Priesteramt vor dem Herrn nicht mehr ausüben konnten, und er bestellte sich Priester für die Höhen und die Feldgeister und für die Kälber, die er machen ließ. Und die den Herrn, den Gott Israels, von Herzen suchten, folgten den Leviten aus allen Stämmen Israels nach Jerusalem, dass sie opferten dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. So machten sie das Königreich Judah mächtig und stärkten Rehabeam, den Sohn Salomos, für drei Jahre, denn drei Jahre wandelten sie in dem Wege Davids und Salomos. Und Rehabeam nahm zur Frau Mahalat, die Tochter Jerimotz, des Sohnes Davids, und der Abihail, der Tochter Eliabs, des Sohnes Isais. Die gebar ihm diese Söhne, Jehush, Shemaria und Saham. Nach ihr nahm er Maacha, die Tochter Absaloms, zur Frau. Die gebar ihm Abia, Atai, Sisa und Shelomit. Aber Rehabeam hatte Maacha, die Tochter Absaloms, lieber als alle seine Frauen und Nebenfrauen, denn er hatte 18 Frauen und 60 Nebenfrauen und zeugte 28 Söhne und 60 Töchter. Und Rehabeam setzte Abia, den Sohn der Maacha als Ersten unter seinen Brüdern als Thronfolger ein, denn er gedachte, ihn zum König zu machen. Und er handelte klug und verteilte alle seine Söhne in die Gebiete von Judah und Benjamin, in alle festen Städte, und gab ihnen Nahrung in Menge und verschaffte ihnen viele Frauen. Kapitel 12 Als aber das Königtum Rehabeams sich gefestigt hatte und er mächtig war, verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Da zog im fünften Jahr des Königs Rehabeam herauf Shishak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem, denn sie hatten sich am Herrn versündigt, mit 1200 Wagen und mit 60.000 Reitern. Und das Volk war nicht zu zählen, das mit ihm aus Ägypten kam, Libyer, Sukijiter und Kuschiter. Und er nahm die festen Städte ein, die in Judah waren und kam bis vor Jerusalem. Da kam der Prophet Shemaya zu Rehabeam und zu den obersten Judas, die sich in Jerusalem aus Furcht vor Shishak versammelt hatten und sprach zu ihnen, so spricht der Herr. Ihr habt mich verlassen, darum habe ich euch auch verlassen und in Shishaks Hand gegeben. Da demütigten sich die Obersten in Israel mit dem König und sprachen, der Herr ist gerecht. Als aber der Herr sah, dass sie sich demütigten, kam das Wort des Herrn zu Shemaya, sie haben sich gedemütigt, darum will ich sie nicht verderben, sondern ich will sie in Kürze erretten, dass mein Grimm sich nicht durch Shishak auf Jerusalem ergieße. Doch sollen sie im Untertan sein, damit sie inne werden, was es heißt, mir zu dienen oder den Königreichen der Länder. So zog Shishak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem herauf und nahm die Schätze im Hause des Herrn und die Schätze im Hause des Königs. Alles nahm er weg, auch die goldenen Schilde, die Salomo hatte machen lassen. An ihrer Stadt ließ der König Rehabeam kupferne Schilde machen und übergab sie den obersten der Leibwache, die das Tor am Haus des Königs bewachte. Und so oft der König in das Herrn Haus ging, kam die Leibwache und trug sie und brachte sie dann wieder in ihre Kammer. Und weil er sich demütigte, wandte sich des Herrn Zorn von ihm, dass er ihn nicht ganz verdarrt. Denn auch in Judah war noch manches Gute. Und der König Rehabeam wurde wieder mächtig in Jerusalem und regierte weiter. 41 Jahre alt war Rehabeam, als er König wurde und regierte 17 Jahre zu Jerusalem in der Stadt, die der Herr erwählt hatte aus allen Ständen Israels, dass er seinen Namen da selbst wohnen lasse. Seine Mutter hieß Naama, eine Ammoniterin. Aber er tat übel und richtete sein Herz nicht darauf, dass er den Herrn suchte. Die Geschichte Rehabeams aber, die frühere und die spätere, steht geschrieben in den Geschichten des Propheten Shemaja und des Seers Edo, ebenso auch die Kriege zwischen Rehabeam und Jerobeam, die sie ihr Leben lang führten. Und Rehabeam legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids. Und sein Sohn Abia wurde König an seiner Stadt. Kapitel 13 Im 18. Jahr des Königs Jerobeam wurde Abia König über Judah und regierte drei Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Michaja, eine Tochter Uriels aus Gibea. Es war aber Krieg zwischen Abia und Jerobeam. Und Abia rüstete sich zum Kampf mit einem Heer von Kriegsleuten, 400.000 Mann, auserlesenen Leuten. Jerobeam aber rüstete sich, gegen ihn zu kämpfen, mit 800.000 auserlesenen Leuten, streitbaren Männern. Und Abia stellte sich hin, oben auf den Bergzimmer Rahim, der im Gebirge Ephraim liegt, und sprach, Hört mir zu, Jerobeam und ganz Israel. Wisset ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel David gegeben hat, ewiglich ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund? Aber Jerobeam, der Sohn Nebats, der Knecht Salomos, des Sohnes Davids, erhob sich und wurde seinem Herrn abtrünnig. Und es schlugen sich auf seine Seite ruchlose Leute, böse Menschen, und wurden mächtiger als Rehabiam, der Sohn Salomos. Denn Rehabiam war noch jung und zaghaft, so dass er sich nicht gegen sie wehrte. Nun denkt ihr euch zu empören gegen das Königtum des Herrn, das in der Hand der Söhne Davids ist, weil ihr ein großer Haufe seid und die goldenen Kälber bei euch habt, die euch Jerobeam zu Göttern gemacht hat. Habt ihr nicht die Priester des Herrn, die Söhne Aaron und die Leviten verstoßen und euch eigene Priester gemacht, wie sonst die Völker in den Ländern? Wer da kam mit einem jungen Stier und sieben Widdern, um sich die Hand füllen zu lassen, der wurde Priester derer, die nicht Götter sind. Wir aber sind gewiss, der Herr ist unser Gott. Ihn haben wir nicht verlassen. Denn die Priester, die dem Herrn dienen, sind die Söhne Aaron und die Leviten, stehen in ihrem Amt, um dem Herrn alle Morgen und alle Abende Brandopfer darzubringen, dazu das gute Räucherwerk und Brote aufzulegen auf den Tisch aus reinem Gold und den goldenen Leuchter anzuzünden mit seinen Lampen alle Abende. Denn wir halten die Gebote des Herrn, unseres Gottes. Ihr aber habt ihn verlassen. Siehe, mit uns ist an der Spitze Gott und seine Priester und die Kriegstrompeten, um sie gegen euch zu blasen. Ihr Kinder Israel, streitet nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Väter, denn es wird euch nicht gelingen. Aber Jerobeam legte einen Hinterhalt, dass er ihnen in den Rücken fiele, so dass sie vor Judah waren und der Hinterhalt hinter Judah. Als sich nun Judah umwandte, siehe, da wurden sie von vorn und von hinten angegriffen. Da schrien sie zum Herrn, und die Priester bliesen die Trompeten, und die Männer von Judah erhoben das Kriegsgeschrei. Und als sie schrien, schlug Gott Jerobeam und ganz Israel vor Abia und Judah. Und Israel floh vor Judah, und Gott gab sie in ihre Hände, so dass Abia mit seinem Volk sie hart schlug, und es blieben von Israel erschlagen liegen, fünfhunderttausend auserlesene Leute. Also wurden die Kinder Israel zu der Zeit gedemütigt, aber die Kinder Judah blieben unverzagt, denn sie verließen sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter. Und Abia jagte Jerobeam nach und gewann ihm Städte ab. Bethel mit seinen Ortschaften, Jeschanah mit seinen Ortschaften und Ephron mit seinen Ortschaften. So dass Jerobeam keine Macht mehr hatte, solange Abia lebte. Und der Herr schlug ihn, dass er starrt. Abia aber wurde mächtig, und er nahm vierzehn Frauen und zeugte zweiundzwanzig Söhne und sechzehn Töchter. Was aber mehr von Abia zu sagen ist, sein Wandel und seine Worte, das steht geschrieben in der Geschichte des Propheten Hido. Und Abia legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn in der Stadt Davids. Und sein Sohn Asa wurde König an seiner Stadt. Zu dessen Zeiten hatte das Land zehn Jahre Ruhe. Kapitel 14 Und Asa tat, was recht war, und dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel, und entfernte die Altäre der fremden Götter und die Opferhöhen, und zerbrach die Steinmale und hieb die Bilder der Aschera um, und gebot Judah, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchten, und täte nach dem Gesetz und Gebot. Und er entfernte aus allen Städten Judas die Opferhöhen und die Rauchopfer-Säulen. Und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Und er baute feste Städte in Judah, weil das Land Ruhe hatte, und in diesen Jahren kein Krieg gegen ihn war. Denn der Herr hatte ihm Ruhe gegeben. Und er sprach zu Judah, lasst uns diese Städte ausbauen und um sie Mauern herumführen mit Türmen, Toren und Riegeln, solange das Land noch unser ist. Denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht, und er hat uns Ruhe gegeben ringsumher. Also bauten sie, und es ging glücklich vonstatten. Und Asa hatte eine Heeresmacht aus Judah 300.000, die große Schilde und Spieße trugen, und aus Benjamin 280.000, die kleine Schilde trugen und mit dem Bogen schießen konnten. Und diese alle waren starke Kriegsleute. Es zog aber gegen sie Serach, der Kuschiter, mit einer Heeresmacht von tausend mal tausend. Dazu dreihundert Wagen, und sie kamen bis nach Marescha. Und Asa zog ihm entgegen, und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Zephata bei Marescha. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott an, und sprach, Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen die Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich, und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Judah, sodass sie flohen. Und Asa, samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihnen nach, bis nach Gerar. Und die Kuschiter fielen, sodass keiner von ihnen am Leben blieb, sondern sie wurden zerschlagen vor dem Herrn und vor seinem Heer. Und Judah trug sehr viel Beute davon. Und sie schlugen alle Städte um Gerar her, denn der Schrecken des Herrn kam über sie. Und sie plünderten alle Städte, denn es war viel Beute darin. Auch schlugen sie die Zeltlage der Hirten und führten eine Menge Schafe und Kamele weg und kamen wieder nach Jerusalem. Kapitel 15 Und auf Asa, ja, den Sohn Odetz, kam der Geist Gottes. Da zog er hinaus, Asa entgegen und sprach zu ihm, höret mir zu, Asa und ganz Judah und Benjamin. Der Herr ist mit euch, weil er mit ihm sagt. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihr ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Lange Zeit hindurch war Israel ohne rechten Gott, ohne Priester, der da lehrte, und ohne Gesetz. Als sie sich aber in ihrer Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, bekehrten und ihn suchten, ließ er sich von ihnen finden. Zu der Zeit gab es keine Sicherheit für den, der aus und einging, denn es war große Verwirrung bei allen, die in diesen Ländern wohnten. Denn ein Volk zerschlug das andere und eine Stadt die andere, denn Gott erschreckte sie mit Ängsten aller Art. Ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Als aber Asa diese Worte hörte und die Weissagung, die der Prophet Asaria, der Sohn Odets, gesprochen hatte, ward er getrost. Und er tat weg die gräulichen Götzen aus dem ganzen Lande Judah und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim erobert hatte, und erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Vorhalle des Herrn stand. Und er versammelte ganz Judah und Benjamin und alle aus Ephraim, Manasse und Simeon, die bei ihnen wohnten. Denn es fiel ihm eine große Menge aus Israel zu, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Und sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat des fünfzehnten Jahres der Herrschaft Asas und opferten dem Herrn am selben Tage von der Beute, die sie hergebracht hatten, siebenhundert Rinder und siebentausend Schaffe. Und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wer aber den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, sollte sterben, klein und groß, Mann und Frau. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme unter Freugen Geschrei und unter Trompeten und Posaunenschall. Und ganz Judah war fröhlich über den Schwur, denn sie hatten geschworen von ganzem Herzen, und sie suchten den Herrn mit ganzem Willen, und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Auch setzte der König Asa seine Mutter Ma'acher ab, dass sie nicht mehr Herrin war, weil sie der Aschera ein Gräuelbild gemacht hatte. Und Asa zerschlug ihr Gräuelbild und zermalmte es und verbrannte es am Bach Kidron. Aber die Opferhöhen in Israel wurden nicht entfernt. Doch war das Herz Asas Rechtschaffen, sein Leben lang. Und er brachte ins Haus Gottes, was sein Vater geheiligt und was er geheiligt hatte, Silber, Gold und Gefäße. Und es war kein Krieg bis in das fünfunddreißigste Jahr der Herrschaft Asas. Kapitel 16 Im sechunddreißigsten Jahr der Herrschaft Asas zog Ba'esa, der König von Israel, herauf gegen Judah und baute Rama aus, damit niemand bei Asa, dem König von Judah aus und eingehen sollte. Aber Asa nahm aus dem Schatz im Hause des Herrn und aus dem Schatz im Hause des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben Hadad, dem König von Aram, der zu Damaskus herrschte, und ließ ihm sagen, es ist ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem und deinem Vater. Darum schicke ich dir Silber und Gold, dass du den Bund mit Ba'esa, dem König von Israel, aufgibst, damit er von mir abzieht. Ben Hadad hörte auf die Bitte des Königs Asa und sandte seine Obersten gegen die Städte Israels. Die schlugen Ion, Dan und Abel-Mahim und von Naftali alle Städte mit Kornspeichern. Als Ba'esa das hörte, ließ er Abrahma auszubauen und hörte auf mit seinem Werk. Aber der König Asa bot ganz Judah auf und sie nahmen die Steine und das Holz von Rama weg, womit Ba'esa gebaut hatte, und er baute damit Geba und Mizpah aus. Zu der Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Judah, und sprach zu ihnen, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn, deinen Gott, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Hatten nicht die Kuschiter und Libyer eine große Heeresmacht mit sehr viel Wagen und Reitern? Doch der Herr gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn verließest. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Du hast töricht getan, darum wirst du auch von nun an Krieg haben. Aber Asa wurde zornig über den Seher und legte ihn ins Gefängnis, denn er grollte ihn darüber. Auch bedrückte er zu dieser Zeit einige vom Volk. Die Geschichte Asas aber, die frühere und die spätere, siehe, die steht geschrieben im Buch der Könige von Judah und Israel. Und Asa wurde krank an seinen Füßen, im 39. Jahr seiner Herrschaft, und seine Krankheit nahm sehr zu. Und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. So legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Herrschaft. Und man begrub ihn in seinem Grabe, das er sich in der Stadt Davids hatte, aushauen lassen. Und sie legten ihn auf sein Lager, das man mit gutem Räucherwerk und allerlei kunstvoll zubereiteter Spitzerei gefüllt hatte, und sie machten ihm zu Ehren einen sehr großen Brand. Kapitel 17 Und sein Sohn Josaphat wurde König an seiner Stadt und wurde mächtig gegenüber Israel. Er legte Kriegsvolk in alle festen Städte Judas und setzte Amtleute ein im Lande Judah und in den Städten Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte wie vormals sein Vater David, und suchte nicht die Baale, sondern den Gott seines Vaters, und wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand. Und ganz Judah gab Josaphat Geschenke, und er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die Opferhöhen und die Aschera-Bilder aus Judah. Im dritten Jahr seiner Herrschaft sandte er seine Oberen Ben-Hayil, Obatia, Zacharia, Nathanael und Michaya, dass sie in den Städten Judas lehren sollten, und mit ihnen die Leviten Shemaya, Netanya, Sebatia, Asael, Shemiramot, Jonathan, Adonia, Tobiah und Top-Adonia, und mit ihnen die Priester Elisjama und Joram. Und sie lehrten in Judah und hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich, und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Da kam der Schrecken des Herrn über alle Königreiche der Länder, die um Judah herumlagen, sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Sogar einige von den Philistern brachten Josaphat Geschenke und Silber als Abgabe. Auch die Araber brachten ihm 7700 Widder und 7700 Böcke. So wurde Josaphat immer mächtiger, und er baute in Judah Burgen und Städte mit Korn speichern, und hatte viel Vorrat in den Städten Judas, und Kriegsleute, streitbare Männer, zu Jerusalem. Und dies war ihre Ordnung nach ihren Sitten. In Judah waren Oberste über 1000, Adna der Oberste, und unter ihm 300.000 streitbare Männer. Neben ihm Johannan der Oberste, und unter ihm 280.000. Neben ihm Amassia, der Sohn Sichris, der sich freiwillig in den Dienst des Herrn gestellt hatte, und unter ihm 200.000 streitbare Männer. Und aus Benjamin El-Jada, ein streitbarer Mann, und unter ihm 200.000, die mit Bogen und Schild gerüstet waren. Neben ihm Josaphat, und unter ihm 180.000 zum Kampf gerüstete Männer. Diese alle dienten dem König, außer denen, die der König in die festen Städte von ganz Judah gelegt hatte. Kapitel 18 Und Josaphat hatte großen Reichtum und viel Ehre und verschwägerte sich mit Ahab. Und nach einigen Jahren zog er hinab zu Ahab nach Samaria. Und Ahab ließ für ihn und für das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Rinder schlachten. Und er beredete ihn, dass er hinaufzöge nach Ramoth in Gilead. Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Judah, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead ziehen? Er sprach zu ihm, ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk, wir wollen mit dir in den Kampf. Aber Josaphat sprach zum König von Israel, frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Und der König von Israel versammelte 400 Propheten und sprach zu ihnen, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen, oder soll ich's lassen? Sie sprachen, zieh hinauf, Gott wird es in des Königs Hand geben. Josaphat aber sprach, ist nicht noch irgendein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn befragen? Der König von Israel sprach zu Josaphat, es ist noch ein Mann hier, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich bin im Gram, denn er weiß, sagt über mich nichts Gutes, sondern immer nur Böses, nämlich Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat sprach, der König rede so nicht. Und der König von Israel rief einen seiner Kämmerer und sprach, bringe eilends her Micha, den Sohn Jimlas. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Judah, saßen an jeder auf seinem Thron mit ihren königlichen Kleidern angetan. Sie saßen aber auf dem Platz vor dem Tor von Samaria und alle Propheten fingen an, vor ihnen zu weissagen. Und Zedekiah, der Sohn Kenner Anas, machte sich eiserne Hörner und sprach, so spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie aufreibst. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen, zieh hinauf nach Ramoth in Gilead. Es wird dir gelingen, der Herr wird es in des Königs Hand geben. Und der Bote, der hingegangen war, um Micha zu rufen, sprach zu ihm, siehe, die Worte der Propheten sind einmütig gut für den König. Lass doch auch dein Wort wie ihr Wort sein und rede Gutes. Micha aber sprach, so wahr der Herr lebt, was mein Gott sagen wird. Das will ich reden. Und als er zum König kam, sprach der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen, oder soll ich's lassen? Er sprach, ja, zieht hinauf, es wird euch gelingen und sie werden in eure Hände gegeben werden. Aber der König sprach zu ihm, wie oft soll ich dich beschwören, dass du mir im Namen des Herrn nichts als die Wahrheit sagst? Da sprach er, ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn, ein jeder kehre wieder heim mit Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat, sagte ich dir nicht, er weiß, sagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Micha aber sprach, darum höre des Herrn Wort. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab, den König von Israel, betören, dass er hinaufziehe und falle bei Ramoth in Gilead. Und als dieser so und jener anders redete, trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Der Herr aber sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausfahren und ein Lügengeist sein in aller seiner Propheten Mund. Und der Herr sprach, du willst ihn betören und wirst es ausrichten. Fahr hin und tu das. Nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gegeben, und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Da trat dazu Zedekiah, der Sohn Kenna Anas, und schlug Micha auf die Backe und sprach, auf welchem Wege sollte der Geist des Herrn von mir gewichen sein, um nun durch dich zu reden? Micha sprach, wahrlich an jenem Tage wirst du es sehen, wenn du von einer Kammer in die andere gehst, um dich zu verstecken. Aber der König von Israel sprach, nehmt Micha und bringt ihn zu Amon, dem Stadthauptmann, und zu Joas, dem Sohn des Königs, und sagt, so spricht der König, legt diesen ins Gefängnis und speist ihn nur kerklich mit Brot und Wasser, bis ich wiederkomme mit Frieden. Micha sprach, kommst du mit Frieden wieder, so hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach, höret alle Völker. So zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Judah, hinauf nach Ramoth in Gilead. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, ich will mich verkleiden und in den Kampf ziehen, du aber behalte deine königlichen Kleider an. Und der König von Israel verkleidete sich, und sie zogen in den Kampf. Aber der König von Aram hatte den Obersten über seine Wagen geboten, ihr sollt nicht kämpfen gegen die Ringe und Hohe, sondern allein gegen den König von Israel. Als nun die Obersten der Wagen Josaphat sahen, dachten sie, es sei der König von Israel, und umringten ihn, um gegen ihn zu kämpfen. Aber Josaphat schrie, und der Herr half ihm, und Gott lockte sie von ihm weg. Denn als die Obersten der Wagen merkten, dass er nicht der König von Israel war, wandten sie sich von ihm ab. Es spannte aber ein Mann seinen Bogen von ungefähr, und schoss den König von Israel zwischen Panzer und Wehrgehänge. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, wende um und führe mich aus dem Kampf, denn ich bin verwundet. Aber der Kampf nahm immer mehr zu an jenem Tage, und der König von Israel blieb in seinem Wagen stehen gegenüber den Aramäern bis zum Abend, und er starb, als die Sonne unterging. Kapitel 19 Josaphat aber, der König von Judah, kam wieder heim, mit Frieden, nach Jerusalem. Und es ging ihm der Seher Jehu, der Sohn Hananis, entgegen und sprach zum König Josaphat, sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen? Darum kommt über dich der Zorn vom Herrn. Etwas Gutes ist aber doch an dir gefunden, dass du die Bilder der Aschere aus dem Lande ausgetilbt und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Und Josaphat blieb in Jerusalem, und er zog wieder im Volk umher von Berseba an, bis auf das Gebirge Ephraim, und brachte sie zurück zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Und er bestellte Richter im Lande, in allen festen Städten Judas, Stadt für Stadt, und sprach zu den Richtern, seht zu, was ihr tut. Denn ihr haltet Gericht nicht im Namen von Menschen, sondern im Namen des Herrn, und er ist bei euch, wenn ihr Recht sprecht. Darum lasst die Furcht des Herrn bei euch sein, haltet und tut das Recht. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, weder Ansehen der Person, noch Annehmen von Geschenken. Auch bestellte Josaphat in Jerusalem einige aus den Leviten und Priestern und Sippenhäuptern Israels für das Gericht des Herrn und für die Streitfälle der Einwohner Jerusalems. Ihnen gebot er und sprach, tut also in der Furcht des Herrn, in Treue und mit ganzem Herzen. In allen Streitfällen, die vor euch kommen, von euren Brüdern, die in ihren Städten wohnen, es gehe um Bluttat, um Gesetz und Gebot, um Satzungen und Rechte, da sollt ihr sie unterrichten, dass sie sich nicht am Herrn verschulden und ein Zorn über euch und eure Brüder komme. Tut also, so werdet ihr euch nicht verschulden. Siehe, der hohe Priester Amaria ist über euch bestellt in allen Sachen des Herrn, und Sebatia, der Sohn Ismaels, der Vorsteher im Hause Judas, in allen Sachen des Königs. Und als Amtleute habt ihr die Leviten bei euch. Geht unverzagt ans Werk, und der Herr wird mit dem Guten sein. Kapitel 20 Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Meuniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge, von jenseits des Salzmeeres von Edom, und siehe, sie sind schon in Hazet-Sontama, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Judah ein Fasten ausrufen. Und Judah kam zusammen, den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn vorn im neuen Vorhof und sprach, Herr du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel, und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben, für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut, und gesagt, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause, und zu dir schreien in unserer Not, und du wirst hören und helfen. Nun siehe die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und ganz Judah stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benayas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanjas, den Leviten aus den Söhnen Asaf. Und Jahaziel sprach, merket auf, ganz Judah und ihr Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Judah und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzaget nicht, morgen zieht ihnen entgegen. Der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde, und ganz Judah und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korah schickten sich an den Herrn, den Gott Israels zu loben, mit laut schallender Stimme. Und sie machten sich früher morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, höret mir zu, Judah und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubet an den Herrn euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubet seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder sängen, und vor den Kriegsleuten herzügen und sprechen, danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wäret ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Judah ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, kehrte sich einer gegen den anderen, und sie wurden einander zum Verderben. Als aber Judah an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann, und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname auf der Erde. Keiner war entronnen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, die Beute auszuteilen, und sie fanden Vieh in Menge und Güter und Kleider und kostbare Geräte, und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war, und teilten drei Tage die Beute aus, denn es war viel. Am vierzehnten Tage aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn, daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. So kehrte jedermann von Judah und Jerusalem wieder um, und Josaphat an der Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit Freuden. Denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trompeten zum Hause des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Also hatte das Königreich Josaphats Frieden, und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. Und Josaphat regierte über Judah, er war fünfunddreißig Jahre alt, als er König wurde, und er regierte fünfundzwanzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Asuba, eine Tochter Schil hieß. Und er wandelte in dem Wege seines Vaters Asa und ließ nicht davon ab und tat, was dem Herrn wohl gefiel. Nur die Opferhöhen wurden nicht entfernt. Denn das Volk hatte sein Herz noch nicht ganz zu dem Gott seiner Väter gewandt. Was aber mehr von Josaphat zu sagen ist, die frühere und die spätere Geschichte siehe, das steht geschrieben in den Geschichten Jehus des Sohnes Hananis, die aufgenommen sind in das Buch der Könige von Israel. Danach schloss Josaphat, der König von Judah, einen Vertrag mit Ahasja, dem König von Israel, der gottlos war, in seinem Tun. Er kam mit ihm überein, Schiffe zu bauen, um nach Tarsis zu fahren. Und sie bauten die Schiffe in Etzion-Geber. Aber Eliezer, der Sohn Dodavas von Marisha, weissagte gegen Josaphat und sprach, weil du mit Ahasja übereingekommen bist, zerstört der Herr dein Werk. Und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Kapitel 21 Und Josaphat legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und sein Sohn Joram wurde König an seiner Stadt. Und Joram hatte Brüder Josaphats Söhne, Asaria, Jehiel, Zacharia, Asaria, Michael und Shephatia. Diese alle waren Söhne Josaphats des Königs von Judah. Und ihr Vater gab ihnen viele Gaben an Silber, Gold und Kleinoden, dazu feste Städte in Judah. Aber das Königtum gab er Joram, denn der war der Erstgeborene. Als aber Joram das Königtum seines Vaters übernommen hatte und mächtig wurde, erschlug er alle seine Brüder mit dem Schwert, dazu auch einige Obere in Israel. 32 Jahre alt war Joram, als er König wurde und er regierte acht Jahre zu Jerusalem und wandelte in dem Wege der Könige von Israel, wie das Haus Ahab getan hatte, denn Ahabs Tochter war seine Frau. Und er tat, was dem Herrn missfiel. Aber der Herr wollte das Haus David nicht verderben und des Bundes wählen, den er mit David geschlossen hatte, und wie er ihm zugesagt hatte, ihm eine Leuchte zu geben und seinen Söhnen immer da. Zu seiner Zeit fielen die Edomiter von Judah ab und setzten einen König über sich. Da zog Joram hin mit seinen Obersten und alle Wagen mit ihm, und er machte sich des Nachts auf und schlug die Edomiter, die ihn umringt hatten, und die Obersten über die Wagen. Doch blieben die Edomiter abtrünnig von Judah bis auf diesen Tag. Zur selben Zeit fiel Libna auch von ihm ab, denn er hatte den Herrn, den Gott seiner Väter, verlassen. Auch machte er Opferhöhen in den Städten Judas und verleitete die Einwohner von Jerusalem zur Abgötterei und verführte Judah. Es kam aber ein Brief zu ihm von dem Propheten Elia, der lautete, So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, weil du nicht gewandelt bist in den Wegen deines Vaters Josaphat und nicht in den Wegen Asas des Königs von Judah, sondern wandelst in dem Wege der Könige von Israel und verleitest Judah und die Bewohner von Jerusalem zur Abgötterei, nach der Abgötterei des Hauses Ahab, und weil du dazu erschlagen hast deine Brüder, deines Vaters Haus, die besser waren als du, siehe, so wird dich der Herr mit einer großen Plage schlagen an deinem Volk, an deinen Kindern, an deinen Frauen und an aller deiner Habe. Du aber wirst viel Krankheit haben in deinen Eingeweiden, bis über Jahr und Tag deine Eingeweide vor Krankheit heraustreten. Und der Herr erweckte gegen Joram den Geist der Philister und Araber, die neben den Kuschitern wohnen. Und sie zogen herauf und brachen in Judah ein und führten alle Habe weg, die vorhanden war im Hause des Königs, dazu seine Söhne und seine Frauen, so dass ihm kein Sohn übrig blieb außer Joachas, seinem jüngsten Sohn. Und nach dem allen plagte ihn der Herr mit einer Krankheit in seinen Eingeweiden, die war nicht zu heilen. Und als das über Jahr und Tag wehrte, bis die Zeit von zwei Jahren um war, traten in seiner Krankheit seine Eingeweide heraus, und er starb unter schlimmen Schmerzen. Und man machte keinen Brand, ihm zu ehren, wie man seinen Vätern getan hatte. 32 Jahre alt war er, als er König wurde, und er regierte acht Jahre zu Jerusalem und ging dahin unbedauert. Und sie begruben ihn in der Stadt Davids, aber nicht in den Gräbern der Könige. Kapitel 22 Und die Einwohner von Jerusalem machten Ahasja, Jorams jüngsten Sohn, zum König an seiner Stadt. Denn die streifende Rotte, die mit den Arabern ins Lager gekommen war, hatte die älteren Söhne alle erschlagen. Darum wurde Ahasja König, der Sohn Jorams, des Königs von Judah. 22 Jahre alt war Ahasja, als er König wurde, und er regierte ein Jahr zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Atalia, die Tochter Omris, und auch er wandelte in den Wegen des Hauses Ahab, denn seine Mutter hielt ihn dazu an, gottlos zu sein. Darum tat er, was dem Herrn missfiel, wie das Haus Ahab, denn sie waren seine Ratgeber nach seines Vaters Tod, ihm zum Verderben. Er wandelte nach ihrem Rat, denn er zog hin mit Joram, dem Sohn Ahabs, dem König von Israel, in den Kampf nach Ramoth in Gilead, gegen Hazael, den König von Aram. Aber die Aramäer verwundeten Joram, so dass er umkehrte, um sich in Israel heilen zu lassen, von den Wunden, die ihm bei Rama geschlagen waren, als er mit Hazael, dem König von Aram, kämpfte. Und Ahasja, der Sohn Jorams, der König von Judah, zog hinab, um Joram, den Sohn Ahabs, in Israel zu besuchen, weil er krank lag. Denn es war von Gott über Ahasja zu seinem Verderben beschlossen, dass er zu Joram käme. Und als er kam, zog er mit Joram aus gegen Jehu, den Sohn Nimshis, den der Herr gesalbt hatte, um das Haus Ahab auszurotten. Als nun Jehu die Strafe am Hause Ahab vollzog, traf er auf einige Obere aus Judah und auf die Söhne der Brüder Ahasjas, die Ahasja dienten, und er tötete sie. Und er suchte Ahasja, und man fing ihn in Samaria, wo er sich versteckt hatte, und er wurde zu Jehu gebracht. Der tötete ihn, und man begrub ihn. Denn sie sprachen, er ist Josaphats Sohn, der von ganzem Herzen den Herrn suchte. Und es war niemand mehr aus dem Hause Ahasjas, der zum Königtum tüchtig war. Als aber Atalia, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, machte sie sich auf und brachte um alle vom königlichen Geschlecht im Hause Judah. Aber Josaphat, eine Königstochter, nahm Joas, den Sohn Ahasjas, und stahl ihn aus der Mitte der Söhne des Königs, die getötet wurden, und brachte ihn mit seiner Amme in die Bettenkammer. So verbarg ihn Josaphat, die Tochter des Königs Joram, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Ahasjas Schwester, vor Atalia, sodass er nicht getötet wurde. Und er war bei ihnen im Hause Gottes versteckt sechs Jahre, solange Atalia im Lande Königin war. Kapitel 23 Aber im siebenten Jahr fasste Jojada Mut und schloss seinen Bund mit den Hauptleuten über hundert, nämlich mit Asaria, dem Sohn Jerohams, Ismail, dem Sohn Johannans, Asaria, dem Sohn Obeds, Maaseah, dem Sohn Adaias, und Elisaphat, dem Sohn Sichris. Die zogen umher in Judah und brachten die Leviten aus allen Städten Judas zusammen, und die Häupter der Sippen in Israel, dass sie nach Jerusalem kämen. Und die ganze Gemeinde schloss einen Bund im Hause Gottes mit dem König. Und Jojada sprach zu ihnen, siehe, des Königs Sohn soll König sein, wie der Herr den Söhnen David zugesagt hat. So sollt ihr nun tun. Ein Drittel von euch, den Priestern und Leviten, die am Sabbat ihren Dienst antreten, soll Wache halten an den Toren und ein Drittel im Hause des Königs und ein Drittel am Grundtor. Aber alles Volk soll in den Vorhöfen am Hause des Herrn sein, und dass niemand in das Haus des Herrn gehe. Nur die Priester und die Leviten, die Dienst tun, die sollen hineingehen, denn sie sind heilig. Und alles Volk tue nach dem Gebot des Herrn. Und die Leviten sollen sich rings um den König herumstellen, an jeder mit seiner Waffe in der Hand. Und wer in das Haus des Herrn geht, der sei des Todes. Und sie sollen um den König sein, wenn er aus und eingeht. Und die Leviten und ganz Judah taten, wie der Priester Jojada geboten hatte. Und ein jeder nahm seine Leute, die am Sabbat antraten, samt denen, die am Sabbat abtraten. Denn der Priester Jojada ließ die Abteilungen nicht auseinander gehen. Und der Priester Jojada gab den Hauptleuten über hundert die Spieße und Schilde und Waffen des Königs David, die im Hause Gottes waren, und stellte alles Volk auf, einen jeden mit seiner Waffe in der Hand, von der rechten Seite des Hauses im Süden bis zur linken Seite im Norden vor dem Altar und dem Hause um den König herum. Und sie führten den Sohn des Königs heraus und setzten ihm die Krone auf und gaben ihm die Ordnung und machten ihn zum König. Und Jojada und seine Söhne salbten ihn und sprachen, es lebe der König. Als aber Atalia das Geschrei des Volkes hörte, dass er zulief und den König umjubelte, ging sie zum Volk in das Haus des Herrn. Und sie sah und siehe, der König stand an seiner Stätte im Eingang und die Oberen und die Trompeter um den König. Und alles Volk des Landes war fröhlich und man blies die Trompeten. Und die Sänger mit allerlei Seitenspiel standen da und gaben das Zeichen zum Jubel. Da zerriss Atalia ihre Kleider und rief, Aufruhr, Aufruhr. Aber der Priester Jojada gebot den Hauptleuten über hundert, die über das Heer gesetzt waren, führt sie zwischen den Reihen hinaus und wer ihr nachfolgt, den soll man mit dem Schwert töten. Denn der Priester hatte befohlen, man sollte sie nicht töten im Hause des Herrn. Und sie legten die Hände an sie und als sie zum Eingang des Ross-Tors kamen, am Hause des Königs, töteten sie sie dort. Und Jojada schloss einen Bund zwischen dem Herrn und dem ganzen Volk und dem König, dass sie des Herrn Volk sein sollten. Da ging das ganze Volk in das Haus Baals und brach es ab. Und seine Altäre und Bilder zerbrachen sie und töteten Matan, den Priester Baals, vor den Altären. Und Jojada bestellte die Ämter am Hause des Herrn aus den Priestern und den Leviten, die David für das Haus des Herrn verordnet hatte, dem Herrn Brandopfer zu bringen, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, mit Freuden und mit Liedern nach Davids Weisung. Und er stellte Wachen an die Tore am Hause des Herrn, dass niemand hineinkäme, der sich an irgendetwas Unrein gemacht hatte. Und er nahm die Hauptleute über hundert und die Mächtigen und die Herren im Volk und alles Volk des Landes und führte den König vom Hause des Herrn hinab. Und sie zogen durch das obere Tor in das Haus des Königs und ließen den König sich auf den königlichen Thron setzen. Und alles Volk des Landes war fröhlich, aber die Stadt blieb still, obwohl Atalia mit dem Schwert erschlagen war. Kapitel 24 Joas war sieben Jahre alt, als er König wurde, und er regierte vierzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Zipja aus Beersheba. Und Joas tat, was dem Herrn wohl gefiel, solange der Priester Jojada lebte. Und Jojada nahm zwei Frauen für Joas und erzeugte Söhne und Töchter. Danach nahm sich Joas vor, das Haus des Herrn zu erneuern und versammelte die Priester und Leviten und sprach zu ihnen, zieht hin in alle Städte Judas und sammelt Geld aus ganz Israel, um jährlich das Haus eures Gottes auszubessern und eilet solches zu tun. Aber die Leviten eilten nicht. Da rief der König den hohen Priester Jojada und sprach zu ihm, warum hast du nicht Acht auf die Leviten, dass sie von Judah und Jerusalem die Steuer einbringen, die Mose der Knecht des Herrn und die Gemeinde für die Stiftshütte zu sammeln, Israel geboten haben. Denn die gottlose Atalia und ihre Söhne haben das Haus Gottes verfallen lassen, und alles, was dem Hause des Herrn geheiligt war, haben sie an die Baale gebracht. Da befall der König, dass man eine Lade machte, und man stellte sie außen ins Tor am Hause des Herrn. Und sie ließen in Judah und Jerusalem ausrufen, dass man dem Herrn die Steuer bringen solle, die in der Wüste von Mose dem Knecht Gottes auf Israel gelegt war. Da freuten sich alle Oberen und alles Volk und brachten es und warfen es in die Lade, bis sie voll wurde. Und wenn man die Lade durch die Leviten zur Verwaltung des Königs brachte, und man sah, dass viel Geld darin war, so kam der Schreiber des Königs und der Beauftragte des Hohen Priesters, und man schüttete die Lade aus, und sie trugen sie wieder hin, an ihren Ort. So taten sie alle Tage und brachten viel Geld zusammen. Und der König und Jojada gaben es den Werkmeistern, die am Hause des Herrn arbeiteten. Diese stellten Steinmetzen und Zimmerleute an, um das Haus des Herrn zu erneuern, und auch Meister in Eisen und Kupfer, um das Haus des Herrn auszubessern. Und die Werkmeister sorgten dafür, dass durch sie die Ausbesserung fortschritt, und so stellten sie das Haus Gottes nach seinem alten Maß wieder her. Und als sie es vollendet hatten, brachten sie das übrige Geld vor den König und Jojada. Davon machte man Geräte für das Haus des Herrn. Geräte für den Dienst und für die Brandopfer, Löffel und goldene und silberne Geräte. Und sie opferten Brandopfer im Hause des Herrn alle Zeit, solange Jojada lebte. Und Jojada ward alt und lebenssatt und starb und war hundertunddreißig Jahre alt, als er starb. Und sie begruben ihn in der Stadt Davids bei den Königen, weil er an Israel und an Gott und seinem Hause wohlgetan hatte. Und nach dem Tode Jojadas kamen die oberen Judas und huldigten dem König. Da hörte der König auf sie. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Bildern der Aschera und den Götzen. Da kam der Zorn über Judah und Jerusalem um diese ihrer Schuld willen. Der Herr aber sandte Propheten zu ihnen, dass sie sich zum Herrn bekehren sollten, und die ermahnten sie, aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Und der Geist Gottes ergriff Zacharia, den Sohn des Priesters Jojada. Der trat vor das Volk und sprach zu ihnen, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn, sodass ihr kein Gelingen habt? Denn ihr habt den Herrn verlassen, darum wird er euch auch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Hause des Herrn. Und der König Joas gedachte nicht an die Barmherzigkeit, die Jojada, der Vater Zacharias, an ihm getan hatte, sondern tötete seinen Sohn. Der aber sprach, als er sterb, der Herr wird es sehen und straffen. Und als das Jahr um war, zog herauf das Heer der Aramäer, und sie kamen nach Judah und Jerusalem und brachten alle Oberen im Volk um, und all ihren Raub sandten sie dem König von Damaskus. Denn obwohl das Heer der Aramäer mit wenigen Männern kam, gab der Herr ein sehr großes Heer in ihre Hand, weil Judah den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatte. Damit vollzogen sie an Joas die Strafe. Und als sie von ihm zogen, ließen sie ihn in großer Krankheit zurück. Es machten aber seine Großen eine Verschwörung gegen ihn um der Blutschuld willen an dem Sohn des Priesters Jojada und töteten ihn auf seinem Bett, und er starb. Und man begrub ihn in der Stadt Davids aber nicht in den Gräbern der Könige. Diese aber machten die Verschwörung gegen ihn, Sabbat, der Sohn der Schimat, der Ammoniterin, und Josabat, der Sohn der Schimrit, der Moabiterin. Aber seine Söhne und die Menge der Steuern, die er veranlasste, und der Bau des Hauses Gottes, siehe, das steht geschrieben in den Geschichten im Buch der Könige. Und sein Sohn Amazia wurde König an seiner Stadt. Kapitel 25 25 Jahre alt war Amazia, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Joaddan aus Jerusalem, und er tat, was dem Herrn wohl gefiel, doch nicht von ganzem Herzen. Als er nun das Königtum fest in der Hand hatte, tötete er seine Großen, die den König seinen Vater erschlagen hatten. Aber ihre Söhne tötete er nicht. Denn so steht es geschrieben im Gesetz, im Buch des Mose, wo der Herr gebietet, die Väter sollen nicht sterben für die Kinder, und die Kinder nicht für die Väter, sondern ein jeder soll nur um seiner Sünde willen sterben. Und Amazia bot Judah auf und ordnete sie, ganz Judah und Benjamin, nach ihren Sippen, unter die Obersten über tausend und unter die Hauptleute über hundert, und musterte sie von zwanzig Jahren an und darüber, und es fanden sich dreihunderttausend außerlesene Leute, die in den Krieg ziehen und Spieß und Schild führen konnten. Dazu warb er aus Israel hunderttausend Kriegsleute für hundert Zentner Silber. Es kam aber ein Mann Gottes zu ihm und sprach, König, lass nicht das Heer Israels mit dir ziehen, denn der Herr ist nicht mit Israel, mit allen Kindern Ephraim. Denn wenn du denkst, mit ihnen stark zu sein zum Kampf, so wird Gott dich vor den Feinden fallen lassen. Denn bei Gott steht die Kraft zu helfen und fallen zu lassen. Amazia sprach zu dem Mann Gottes, Was soll man denn tun mit den hundert Zentnern, die ich den Kriegsleuten aus Israel gegeben habe? Der Mann Gottes sprach, Es steht beim Herrn, dir mehr zu geben als dies. Da sonderte Amazia die Kriegsleute ab, die zu ihm aus Ephraim gekommen waren, dass sie wieder heimkehrten. Da entbrannte ihr Zorn sehr gegen Judah, und sie zogen zurück an ihren Ort mit grimmigem Zorn. Und Amazia ward getrost und führte sein Volk aus und zog ins Salztal und erschlug 10.000 Männer von Seir. Und die Kinder Judah fingen 10.000 von ihnen lebendig. Die führten sie auf die Spitze eines Felsens und stürzten sie von der Spitze des Felsens, dass sie alle zerschellten. Aber die Kriegsleute, die Amazia hatte ziehen lassen, dass sie nicht mit seinem Volk in den Kampf zögen, fielen in die Städte Judas ein, von Samaria bis nach Beth-Horon, und erschlugen 3000 Mann von ihnen und gewannen viel Beute. Und als Amazia vom Siege über die Edomiter wiederkam, brachte er die Götter der Leute von Seir mit, und stellte sie sich als Götter auf und betete sie an und opferte ihnen. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Amazia, und er sandte einen Propheten zu ihm. Der sprach zu ihm, warum suchst du die Götter des Volkes, die ihr Volk nicht aus deiner Hand erretten konnten? Und als er so mit ihm redete, sprach der König zu ihm, hat man dich zu des Königs Ratgeber gemacht? Höre auf, warum willst du getötet werden? Da hörte der Prophet auf und sprach, Ich merke wohl, dass Gott beschlossen hat, dich zu verderben, weil du solches getan und auf meinen Rat nicht gehört hast. Und Amazia, der König von Judah, entschloss, sich hinzusenden zu Joas, dem Sohn des Joahas, des Sohnes Jehus, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, komm, wir wollen uns miteinander messen. Aber Joas, der König von Israel, sandte zu Amazia, dem König von Judah, und antwortete ihm, der Dornstrauch im Libanon sandte zur Zeder im Libanon und ließ ihr sagen, gib deine Tochter meinem Sohn zur Frau. Aber das Wild im Libanon lief über den Dornstrauch und zertrat ihn. Du denkst, siehe, ich habe die Edomiter geschlagen. Darüber erhebt sich dein Herz und du suchst noch mehr Ruhm. Bleib doch daheim. Warum suchst du dein Unglück, dass du zu Fall kommst und Judah mit dir? Aber Amazia hörte nicht darauf, denn es geschah von Gott, um sie in die Hand des Joas zu geben, weil sie die Götter der Edomiter gesucht hatten. Da zog Joas, der König von Israel, herauf, und sie maßten sich miteinander, er und Amazia, der König von Judah, bei Beth-Schemisch, das in Judah liegt. Aber Judah wurde vor Israel her geschlagen, und sie flohen an jeder in sein Haus. Aber Amazia, den Sohn des Joas, den König von Judah, nahm Joas, der Sohn des Joahas, der König von Israel, bei Beth-Schemisch gefangen und brachte ihn nach Jerusalem und riss die Mauer von Jerusalem ein, vom Tor Ephraim, bis an das Ecktor, vierhundert Ellen lang. Und alles Gold und Silber und alle Geräte, die im Hause Gottes unter der Urput von Obed-Edom vorhanden waren, und die Schätze im Hause des Königs, und die Geiseln nahm er mit sich nach Samaria. Und Amazia, der Sohn des Joas, der König von Judah, lebte nach dem Tode des Joas, des Sohnes des Joahas, des Königs von Israel, noch fünfzehn Jahre. Was aber mehr von Amazia zu sagen ist, die frühere und die spätere Geschichte, siehe, das steht geschrieben im Buch der Könige von Judah und Israel. Und von der Zeit an der Amazia von dem Herrn Wich, machten sie eine Verschwörung gegen ihn in Jerusalem. Er aber floh nach Lachisch. Da sandten sie hinter ihm her nach Lachisch und töteten ihn dort. Und sie brachten ihn auf Rossen und begruben ihn bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Kapitel 26 Da nahm das ganze Volk von Judah den Usia, der war sechzehn Jahre alt, und sie machten ihn zum König an seines Vaters Amazia statt. Der baute Elat aus und brachte es wieder an Judah, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte. 16 Jahre alt war Usia, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholja aus Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Amazia getan hatte. Und er suchte Gott, solange Zacharia lebte, der ihn unterwies in der Furcht Gottes. Und solange er den Herrn suchte, ließ es ihm Gott gelingen. Er zog aus und kämpfte gegen die Philister und riss nieder die Mauer von Gat und die Mauer von Jabne und die Mauer von Astot und baute Festungen um Astot und dem Philisterland, denn Gott half ihm gegen die Philister, gegen die Araber, die in Gurbaal wohnten, und gegen die Meuniter. Und die Ammoniter gaben Usia Geschenke, und er wurde berühmt bis hin nach Ägypten, denn er wurde immer mächtiger. Und Usia baute Türme in Jerusalem am Ecktor und am Taltor und am Winkel und befestigte sie. Er baute auch Türme in der Wüste und grub viele Brunnen, denn er hatte viel Vieh, sowohl im Hügelland wie in der Ebene, auch Ackerleute und Weingärten auf den Bergen und am Karmel, denn er hatte Lust am Ackerbau. Und Usia hatte ein kriegstüchtiges Heer, das in Abteilungen in den Kampf zog, nach seiner Zahl aufgestellt, durch den Schreiber Jeiel und den Amtmann Maaseia unter dem Befehl Hananias, eines der obersten des Königs. Und die Zahl der Häupter der Sippen unter den Kriegern war 2600, und unter ihrem Befehl stand eine Heeresmacht von 307.500 sehr kriegstüchtigen Männern, um dem König gegen die Feinde zu helfen. Und Usia beschaffte für das ganze Heer Schilde, Spieße, Helme, Panzer, Bogen und Schleudersteine und machte in Jerusalem kunstvolle Geschütze, die auf den Türmen und Ecken stehen sollten, um mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen. Und sein Name drang weit hinaus, weil ihm wunderbar geholfen wurde, bis er sehr mächtig war. Und als er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben, denn er verging sich gegen den Herrn, seinen Gott, und ging in das Haus des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Aber der Priester Asaria ging ihm nach, und achtzig Priester des Herrn mit ihm, zuverlässige Leute, und sie traten Usia dem König entgegen und sprachen zu ihm, es gebührt nicht dir, Usia, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aaron, die geweiht sind, zu räuchern. Geh hinaus aus dem Heiligtum, denn du vergehst dich, und es wird dir keine Ehre bringen vor Gott dem Herrn. Da wurde Usia zornig, als er bereits ein Räuchergefäß in der Hand hatte, um zu räuchern. Und wie er so über die Priester zornig wurde, brach der Aussatz aus, an seiner Stirn vor den Augen der Priester im Hause des Herrn, am Räucheraltar. Und der hohe Priester Asaria wandte das Angesicht ihm zu, und alle Priester, und siehe, da war der König aussätzig an seiner Stirn. Und sie stießen ihn fort, und er eilte auch selbst hinaus zu gehen, denn seine Plage war vom Herrn. So war der König Usia aussätzig bis an seinen Tod, und wohnte als Aussätziger in einem besonderen Hause, denn er war verstoßen vom Hause des Herrn. Jotham aber, sein Sohn, stand im Hause des Königs vor und richtete das Volk des Landes. Was aber mehr von Usia zu sagen ist, die frühere und die spätere Geschichte, hat beschrieben der Prophet Jesaja, der Sohn des Armorts. Und Usia legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn bei seinen Vätern auf dem Felde, neben der Grabstätte der Könige, denn sie sprachen, er ist aussätzig. Und sein Sohn Jotham wurde König an seiner Stadt. Kapitel 27 Jotham war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jerusha, eine Tochter Tzadoks. Und er tat, was dem Herrn wohl gefiel, ganz wie sein Vater Usia getan hatte, nur drang er nicht in den Tempel des Herrn ein. Das Volk aber handelte noch immer böse. Er baute das obere Tor am Hause des Herrn, und an der Mauer des Ophel baute er viel, und baute Städte auf dem Gebirge Judah, und in den Wäldern baute er Burgen und Türme. Auch kämpfte er mit dem König der Ammoniter und unterwarf sie, sodass ihm die Ammoniter in diesem Jahr hundert Centner Silber, hunderttausend Scheffel Weizen und hunderttausend Scheffel Gerste gaben. So viel gaben ihm die Ammoniter auch im zweiten und im dritten Jahr. So wurde Jotham mächtig, denn er wandelte recht vor dem Herrn, seinem Gott. Was aber mehr von Jotham zu sagen ist, und alle seine Kriege und wie er wandelte, siehe, das steht geschrieben im Buch der Könige von Israel und Judah. Fünfundzwanzig Jahre alt war er, als er König wurde, und er regierte sechzehn Jahre zu Jerusalem. Und Jotham legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn in der Stadt Davids. Und sein Sohn Ahas wurde König an seiner Stadt. Kapitel 28 Ahas war zwanzig Jahre alt, als er König wurde, und er regierte sechzehn Jahre zu Jerusalem. Er tat nicht, was dem Herrn wohl gefiel, wie sein Vater David, sondern wandelte in den Wegen der Könige von Israel. Dazu machte er den Baalen gegossene Bilder und opferte im Tal Ben-Hinnom und verbrannte seine Söhne im Feuer nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte, und opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Darum gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Aram, dass sie ihn schlugen und eine große Menge der seinen Gefangenen wegführten und nach Damaskus brachten. Auch wurde er in die Hand des Königs von Israel gegeben. Der schlug ihn hart. Den Pekach, der Sohn Remaljas, schlug in Judah hundertundzwanzigtausend streitbare Männer auf einen Tag, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Und Sichri, ein Kriegsmann aus Ephraim, erschlug Maaseah, den Königssohn, und Asrikam, den Vorsteher des Königshauses, und Elkanah, den Ersten, nach dem König. Und die von Israel führten von ihren Brüdern zweihunderttausend Frauen, Söhne und Töchter, gefangen weg, und nahmen dazu große Beute von ihnen und brachten sie nach Samaria. Es war aber dort ein Prophet des Herrn, der hieß Odet. Der ging hinaus dem Heer entgegen, das nach Samaria kam, und sprach zu ihnen, Siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Judah zornig ist, hat er sie in eure Hände gegeben. Ihr aber habt sie mit solcher Wut erschlagen, dass es gen Himmel schreit. Nun gedenkt ihr die Leute von Judah und Jerusalem zu unterwerfen, dass sie eure Sklaven und Sklavinnen seien. Ist denn das nicht schuld bei euch gegenüber dem Herrn eurem Gott? So hört nun auf mich und bringt die Gefangenen wieder hin, die ihr aus euren Brüdern weggeführt habt, denn des Herrn Zorn ist über euch entbrannt. Da traten auf einige Sittenhäupter der Kinder der Kinder Ephraim, Asaria, der Sohn Johannans, Berechia, der Sohn Meschilemots, Jehiskia, der Sohn Schalums und Amasa, der Sohn Hadlais, gegen die, die aus dem Kampf kamen und sprachen zu ihnen, ihr sollt die Gefangenen nicht hierher bringen, denn ihr bringt Schuld vor dem Herrn über uns, so dass ihr unsere Sünde und Schuld nur noch größer macht. Es ist schon genug der Schuld und der Zorn des Herrn ist über Israel entbrannt. Da gaben die Kriegsleute die Gefangenen und die Beute frei vor den Obersten und vor der ganzen Gemeinde. Und jene Männer, die mit Namen genannt sind, nahmen die Gefangenen und bekleideten alle, die bloß unter ihnen waren, mit Kleidern aus der Beute und zogen ihnen Schuhe an und gaben ihnen zu essen und zu trinken und salbten sie und alle, die schwach waren, führten sie auf Eseln und brachten sie nach Jericho zur Palmenstadt zu ihren Brüdern und kehrten nach Samaria. Zurück. Zu derselben Zeit sandte der König Ahas zu dem König von Assur, dass er ihm helfe. Und es kamen abermals die Edomiter und schlugen Judah und führten einige weg. Auch die Philister fielen ein in die Städte im Hügelland und im Südlande Judas und eroberten Beth-Schemesh, Ayalon, Gederoth und Soho mit seinen Ortschaften und Timna mit seinen Ortschaften und Gimso mit seinen Ortschaften und wohnten darin. Denn der Herr demütigte Judah um des Ahas Willen des Königs von Judah, weil er in Judah ein zuchtloses Wesen aufkommen ließ und sich am Herrn versündigte. So zog auch gegen ihn Tiglat-Pileser, der König von Assur, der bedrängte ihn und half ihm nicht. Denn obwohl Ahas das Haus des Herrn und das Haus des Königs und die Häuser der Oberen plünderte und es dem König von Assur gab, half es ihm nichts. Dazu versündigte sich der König Ahas in seiner Not noch mehr am Herrn und opferte den Göttern von Damaskus, die ihn geschlagen hatten, und sprach, die Götter der Könige von Aram helfen ihnen, darum will ich ihnen opfern, dass sie mir auch helfen. Aber diese brachten ihn und ganz Israel zu Fall. Und Ahas brachte die Geräte des Hauses Gottes zusammen und zerflug sie und schloss die Türen zu am Hause des Herrn und machte sich Altäre in allen Winkeln Jerusalems. Und in den Städten Judas hin und her machte er Höhen, um anderen Göttern zu opfern, und reizte den Herrn, den Gott seiner Väter. Was aber mehr von ihm zu sagen ist, und sein ganzer Wandel, der frühere und der spätere, siehe, das steht geschrieben im Buch der Könige von Judah und Israel. Und Ahas legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn in der Stadt in Jerusalem, denn sie brachten ihn nicht in die Gräber der Könige von Israel. Und sein Sohn Hiskia wurde König an seiner Stadt. Kapitel 29 Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abia, eine Tochter Zacharias. Und er tat, was dem Herrn wohl gefiel, wie sein Vater David. Er tat auf die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft, und besserte sie aus und ließ die Priester und Leviten kommen, und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sprach zu ihnen, hört mir zu, ihr Leviten. Heiligt euch nun, dass ihr weihet das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfällt, und haben ihn verlassen und haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Sie haben sogar die Türen an der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räucherwerk geräuchert und dem Gott Israels kein Brandopfer im Heiligtum dargebracht. Daher ist der Zorn des Herrn über Judah und Jerusalem gekommen, und er hat sie dahin gegeben zum Entsetzen und zum Erschrecken, dass man sie verspottet, wie ihr mit euren Augen seht. Denn siehe, um dessen fehlen, sind unsere Väter durchs Schwert gefallen und unsere Söhne, Töchter und Frauen weggeführt. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Herrn im Gott Israels, dass sein Zorn und Grimm sich von uns wende. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, dass ihr zum Dienst vor ihm stehen sollt und dass ihr seine Diener seid und ihm Opfer bringt. Da machten sich auf die Leviten Mahat, der Sohn Amazais, und Joel, der Sohn Azarias, aus den Söhnen Kehat, aus den Söhnen Merari, aber Kis, der Sohn Abdis, und Azaria, der Sohn Jehalelels, und aus den Söhnen Gerson, Joach, der Sohn Simas, und Eden, der Sohn Joachs, aus den Söhnen Elitzafan, Shimri und Jeiel, aus den Söhnen Asaf, Zacharia und Matanja, aus den Söhnen Heman, Jehiel und Simei, aus den Söhnen Jedeltun, Shemaja und Usiel. Sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich und gingen hinein, um das Haus des Herrn zu reinigen, wie der König nach dem Wort des Herrn geboten hatte. Die Priester aber gingen ins Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen, und hatten alles Unreine, das im Tempel des Herrn gefunden wurde, auf den Vorhof am Hause des Herrn, und die Leviten nahmen es auf und trugen es hinaus an den Bach Kidron. Mit der Weihe aber fingen sie am ersten Tage des ersten Monats an, und am achten Tage des Monats gingen sie in die Vorhalle des Herrn und weihten das Haus des Herrn, acht Tage lang, und am sechzehnten Tage des ersten Monats vollendeten sie das Werk. Und sie gingen hin zum König Hiskia und sprachen, wir haben gereinigt das ganze Haus des Herrn, den Brandopferaltar und alle seine Geräte, den Tisch der Schaubrote und alle seine Geräte. Und alle Geräte, die der König Ahas, als er König war, hatte wegwerfen lassen, als er sich versündigte, die haben wir wieder aufgestellt und geweiht. Siehe, sie sind vor dem Altar des Herrn. Da machte sich der König Hiskia früh auf und versammelte die Oberen der Stadt und ging hinauf zum Hause des Herrn. Und sie brachten herzu sieben junge Stiere, sieben Widder, sieben Lämmer und sieben Ziegenböcke, zum Sündopfer für das Königreich, für das Heiligtum und für Judah. Und er sprach zu den Priestern, den Söhnen Aaron, dass sie auf dem Altar des Herrn opfern sollten. Da schlachteten sie die Rinder und die Priester nahmen das Blut und sprengten es an den Altar, und sie schlachteten die Widder und sprengten das Blut an den Altar, und sie schlachteten die Lämmer und sprengten das Blut an den Altar. Und sie brachten die Böcke zum Sündopfer vor den König und die Gemeinde und legten ihre Hände auf sie. Und die Priester schlachteten sie und taten ihr Blut zur Entsündigung an den Altar, um Sühne zu schaffen für ganz Israel. Denn der König hatte befohlen, Brandopfer und Sündopfer darzubringen für ganz Israel. Und er stellte die Leviten auf im Hause des Herrn mit Simbeln, Psaltern und Hafen, wie es David befohlen hatte, und Gat, der Seher des Königs und der Prophet Nathan. Denn es war das Herrn Gebot durch seine Propheten. Und so standen die Leviten mit den Seitenspielen Davids und die Priester mit den Trompeten. Und Hiskia gebot das Brandopfer auf dem Altar darzubringen, und um die Zeit, da das Brandopfer anfing, begann auch der Gesang für den Herrn und die Trompeten und dazu die mancherlei Seitenspiele Davids des Königs von Israel. Und die ganze Gemeinde betete an, und der Gesang erscholl und die Trompeten ertönten, und das alles währte so lange, bis das Brandopfer vollendet war. Als nun das Brandopfer verrichtet war, beugten der König und alle, die sich bei ihm befanden, die Knie und beteten an. Und der König Hiskia samt den oberen Gebot, den Leviten den Herrn zu loben, mit den Liedern Davids und des Sehers Asaph. Und sie lobten mit Freuden und neigten sich und beteten an. Und Hiskia hob an und sprach, nun habt ihr für den Herrn eure Hände gefüllt. Tretet dazu und bringt die Schlachtopfer und Lobopfer zum Hause des Herrn. Und die Gemeinde brachte herzu Schlachtopfer und Lobopfer, dazu jeder der willigen Herzens war Brandopfer. Und die Zahl der Brandopfer, die die Gemeinde brachte, war siebzig Rinder, hundert Widder und zweihundert Lämmer, dies alles zum Brandopfer für den Herrn. Es waren aber der geweihten Tiere sechshundert Rinder und dreitausend Schaffe. Aber die Priester waren zu wenig, um allen Brandopfern die Haut abziehen zu können, darum halfen ihnen ihre Brüder, die Leviten, bis die Arbeit verrichtet war. Und bis sich die Priester geheiligt hatten. Denn die Leviten waren williger gewesen, als die Priester sich zu heiligen. Auch waren es viele Brandopfer mit dem Fett der Dankopfer und mit den Trankopfern zu den Brandopfern. So wurde der Dienst am Hause des Herrn geordnet, und Hiskia freute sich samt allem Volk über das, was Gott dem Volk gebereitet hatte, denn es war unvermutet schnell gekommen. Kapitel 30 Und Hiskia sandte hin zu ganz Israel und Judah und schrieb Briefe an Ephraim und Manasseh, dass sie zum Hause des Herrn nach Jerusalem kommen sollten, Passat zu halten, dem Herrn, dem Gott Israels. Und der König beriet sich mit seinen Oberen und der ganzen Gemeinde in Jerusalem, das Passat erst im zweiten Monat zu halten. Denn sie konnten es nicht zur rechten Zeit halten, weil sich nicht genug Priester geheiligt hatten und das Volk noch nicht nach Jerusalem zusammen gekommen war. Das gefiel dem König und der ganzen Gemeinde gut, und so beschlossen sie, durch ganz Israel von Berseba an bis nach dann auszurufen, dass man kommen sollte, dem Herrn, dem Gott Israels, Passat zu halten, in Jerusalem. Denn es war nicht von der ganzen Menge gehalten worden, wie es geschrieben steht. Und die Läufer gingen hin mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Oberen durch ganz Israel und Judah nach dem Befehl des Königs und sprachen, Ihr Kinder Israel, kehret um zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaks und Israels, so wird er sich zu den Erretteten kehren, die die Könige von Astur von euch übrig gelassen haben. Und seid nicht wie eure Väter und Brüder, die sich am Herrn, dem Gott ihrer Väter versündigt haben, so dass er sie in die Verwüstung dahingab, wie ihr selber seht. So seid nun nicht halsstarrig wie eure Väter, sondern gebt eure Hand dem Herrn und kommt zu seinem Heiligtum, das er geheiligt hat für alle Zeit, und dienet dem Herrn, eurem Gott, so wird sich sein grimmiger Zorn von euch wenden. Denn wenn ihr euch bekehrt zu dem Herrn, so werden eure Brüder und Kinder Barmherzigkeit finden, bei denen, die sie gefangen halten, so dass sie in dies Land zurückkehren. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig, und wird sein Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch zu ihm bekehrt. Und die Läufer gingen von einer Stadt zu anderen, im Lande Ephraim und Manasseh, und bis nach Sebulon. Aber die verlachten und verspotteten sie. Doch einige von Asser und Manasseh und Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Auch war Gottes Hand über Judah, dass er ihnen einerlei Sinn gab, zu tun, wie der König und die Oberen geboten hatten, nach dem Wort des Herrn. Und es kam viel Volk in Jerusalem zusammen, um im zweiten Monat das Fest der ungesäuerten Brote zu halten, eine sehr große Gemeinde. Und sie machten sich auf und entfernten die Altäre, die in Jerusalem waren, und alles, was man zum Räuchern braucht, taten sie weg und warfen es hin an den Bach Kidron. Und sie schlachteten das Passer am vierzehnten Tage des zweiten Monats. Und die Priester und Leviten bekannten ihre Schuld und heiligten sich und brachten die Brandopfer zum Hause des Herrn und stellten sich an ihren Platz, wie sich's gebührt, nach dem Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und die Priester nahmen das Blut aus der Hand der Leviten und sprengten es, denn es waren viele in der Gemeinde, die sich nicht geheiligt hatten. Darum schlachteten die Leviten das Passer für alle, die nicht rein waren, dass sie dem Herrn geheiligt würden. Denn eine Menge Volk, vor allem von Ephraim, Manasseh, Issachar und Sebulon, hatte sich nicht gereinigt und aß das Passer nicht so, wie es geschrieben steht. Doch Hiskia betete für sie und sprach, der Herr, der gütig ist, wolle gnädig sein, allen, die ihr Herz darauf richten, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott ihrer Väter, auch wenn sie nicht die für das Heiligtum nötige Reinheit haben. Und der Herr erhörte Hiskia und vergab dem Volk. So hielten die Kinder Israel, die in Jerusalem versammelt waren, das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage lang mit großer Freude. Und die Leviten und Priester lobten den Herrn alle Tage mit den mächtigen Seitenspielen des Herrn. Und Hiskia redete herzlich zu allen Leviten, die sich gut auf den Dienst des Herrn verstanden hatten. Und sie aßen das Fest über sieben Tage lang und opferten Dankopfer und dankten dem Herrn im Gott ihrer Väter. Und die ganze Gemeinde beschloss, noch weitere sieben Tage zu halten, und sie hielten auch diese sieben Tage mit Freuden. Denn Hiskia, der König von Judah, spendete für die Gemeinde tausend junge Stiere und siebentausend Schafe. Die Oberen aber spendeten für die Gemeinde tausend junge Stiere und zehntausend Schafe. Auch von den Priestern hatten sich viele geheiligt. Und es freute sich die ganze Gemeinde Judas, die Priester und die Leviten und die ganze Gemeinde, die aus Israel gekommen war, und die Fremdlinge, die aus dem Lande Israel gekommen waren, und die, die in Judah wohnten. Und es war eine große Freude in Jerusalem. Denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, war solches in Jerusalem nicht geschehen. Und die Priester und die Leviten standen auf und segneten das Volk, und ihre Stimme wurde erhört, und ihr Gebet kam in Gottes heilige Wohnung im Himmel. Kapitel 31 Und als dies alles vollendet war, zog ganz Israel, soweit es sich versammelt hatte, in die Städte Judas. Und sie zerbrachen die Steinmale und hieben die Bilder der Aschera um, und brachen ab die Opferhöhen und Altäre in ganz Judah, Benjamin, Ephraim und Manasse, bis sie alles vernichtet hatten. Und die Kinder Israel zogen alle wieder heim zu ihrem Besitz in ihre Städte. Hiskia aber stellte die Priester und Leviten nach ihren Ordnungen auf, einen jeden nach seinem Amt, Priester und Leviten für die Brandopfer und Dankopfer, dass sie dienten, dankten und lobten in den Toren des Lagers des Herrn. Und der König gab von seiner Habe seinen Anteil für die Brandopfer am Morgen und am Abend und für die Brandopfer an den Sabbaten und an den Neumonden und Festen, wie es geschrieben steht, im Gesetz des Herrn. Und er sagte dem Volk, dass in Jerusalem wohnte, dass auch sie ihr Teil den Priestern und Leviten geben sollten, damit diese umso besser sich an das Gesetz des Herrn halten könnten. Und als dies Worte ging, gaben die Kinder Israel reichlich, die Erstlinge von Getreide, Wein, Öl, Honig und allem Ertrag des Feldes, und auch den Zehnten von allem brachten sie in Menge. Und die von Israel und Judah, die in den Städten Judas wohnten, brachten auch den Zehnten von Rindern und Schafen und den Zehnten von dem Geweihten, das sie dem Herrn ihrem Gott geweiht hatten, und legten es in Haufen zusammen. Im dritten Monat fingen sie an, es aufzuhäufen, und im siebenten Monat vollendeten sie es. Und als Hizkia mit den Oberen hinging und sie die Haufen sahen, lobten sie den Herrn, sein Volk Israel. Und Hizkia befragte die Priester und Leviten wegen der Haufen. Und der Priester Asaria, der Erste im Hause Zaluk, sprach zu ihnen, seit der Zeit, da man angefangen hat, die Abgaben ins Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden, und es ist noch viel übrig geblieben. Denn der Herr hat sein Volk gesegnet, darum ist so viel übrig geblieben. Da befall der König, dass man Kammern herrichten sollte am Hause des Herrn, und sie richteten sie her, und hatten die Abgaben, die Zehnten, und das Geweihte gewissenhaft hinein. Und vorsteher darüber wurde der Levit Kananya, und als zweiter sein Bruder Simi. Und Jeheel, Asasja, Nahat, Azahil, Jerimoth, Josabat, Eliel, Yismachja, Mahat und Benaya wurden aufsehbar, unter Kananya und seinem Bruder Simi, nach dem Befehl des Königs Iskia und Asarias des Vorstehers im Hause Gottes. Und der Levit Kore, der Sohn Jimnas, der Torhüter am Osttor, wurde über die freiwilligen Gaben für Gott gesetzt, dass er ausgebe die Abgaben für den Herrn und das Hochheilige. Und ihm zur Seite standen Eden, Minjamin, Jeshua, Shemaya, Amaria und Shechania in den Städten der Priester, um ihren Brüdern nach ihren Ordnungen gewissenhaft auszugeben, dem Kleinen wie dem Großen, allen denen, die aufgezeichnet waren als männlich, drei Jahre alt und darüber, allen, die in das Haus des Herrn gingen, jähren ihrem Tage zu ihrem Amt und ihrem Dienst nach ihren Ordnungen. Die Priester waren aufgezeichnet nach ihren Sippen und die Leviten von zwanzig Jahren an und darüber nach ihrem Dienst in ihren Ordnungen. Und man zeichnete sie auf mit allen alten Frauen, Söhnen und Töchtern für die ganze Gemeinde, denn in ihrer Treue heiligten sie sich für das Heilige. Auch waren Männer namentlich bestellt für die Söhne Aaron, die Priester in dem Gebiet ihrer Städte, für jede Stadt, dass sie Anteile ausgeben, allem, was männlich war unter den Priestern und allen, die als Leviten aufgezeichnet waren. So tat Iskia in ganz Judah, er tat, was gut, recht und wahrhaftig war, vor dem Herrn, seinem Gott. Und alles, was er anfing für den Dienst des Hauses Gottes nach dem Gesetz und Gebot, seinen Gott zu suchen, tat er von ganzem Herzen, und es gelang ihm. Kapitel 32 Nach solch treuem Verhalten kam Sanherib, der König von Assur, und zog heran gegen Judah und lagerte sich vor die festen Städte und gedachte, sie an sich zu reißen. Und als Iskia sah, dass Sanherib kam und willens war, gegen Jerusalem zu kämpfen, beriet er sich mit seinen Obersten und Kriegshelden, ob man die Wasserquellen verdecken sollte, die draußen vor der Stadt waren, und sie stimmten ihm zu. Und es versammelte sich viel Volk, und sie verdeckten alle Quellen und den Bach, der durch die Erde geleitet wird, und sprachen, dass die Könige von Assur nur kein Wasser finden, wenn sie kommen. Und Iskia ward getrost und besserte alle Mauern aus, wo sie Lücken hatten, und führte Türme auf, und baute draußen noch eine andere Mauer, und befestigte den Milo an der Stadt Davids, und machte viele Waffen und Schilde, und setzte Hauptleute über das Kriegsvolk und sammelte sie zu sich auf dem Platz am Tor der Stadt, und redete ihnen zu Herzen und sprach, seid getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht und verzaget nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist, denn mit uns ist ein größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr unser Gott, dass er uns helfe und führe unseren Streit. Und das Volk verließ sich auf die Worte Heskiah ist des Königs von Judah. Danach sandte Sanherib, der König von Assur, seine Großen nach Jerusalem, denn er lag vor Lachisch und seine ganze Heermacht mit ihm, zu Heskiah, dem König von Judah, und zu ganz Judah, das in Jerusalem war, und dies ihm sagen, so spricht Sanherib, der König von Assur. Worauf wollt ihr euch verlassen, die ihr in dem belagerten Jerusalem wohnt? Heskiah verführt euch und gibt euch in den Tod durch Hunger und Durst, wenn er spricht. Der Herr, unser Gott, wird uns erretten aus der Hand des Königs von Assur. Ist das nicht der Heskiah, der die Opferhöhen und Altäre seines Gottes entfernt und zu Judah und Jerusalem gesagt hat, vor einem Altar sollt ihr anbeten und darauf opfern? Wisst ihr nicht, was ich und meine Väter getan haben, allen Völkern in den Ländern? Haben die Götter der Völker in den Ländern ihr Land erretten können aus meiner Hand? Wo ist einer unter allen Göttern dieser Völker, die meine Väter mit dem Bann geschlagen haben, der sein Volk hätte erretten können aus meiner Hand? Dass euer Gott euch aus meiner Hand sollte erretten können. So lasst euch nun von Heskiah nicht betrügen und lasst euch dadurch nicht verführen und glaubt ihm nicht. Denn wenn kein Gott eines Volkes und Königreichs sein Volk aus meiner und meiner Väter Hand hat erretten können, so wird euch auch euer Gott nicht erretten aus meiner Hand. Dazu redeten seine Großen noch mehr gegen Gott den Herrn und gegen seinen Knecht Heskiah. Auch schrieb er einen Brief, um dem Herrn den Gott Israels Hohn zu sprechen und redete gegen ihn, wie die Götter der Völker in den Ländern ihr Volk nicht aus meiner Hand errettet haben, so wird auch der Gott Heskiah sein Volk nicht erretten aus meiner Hand. Und sie riefen mit lauter Stimme auf Hebräisch zum Volk von Jerusalem, das auf der Mauer war, um sie furchtsam zu machen und zu erschrecken, damit sie die Stadt eroberten, und redeten gegen den Gott Jerusalems, wie gegen die Götter der Völker auf Erden, die doch Werke von Menschenhänden waren. Aber der König Iskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amots, beteten gegen solche Lästerung und schrien gen Himmel. Und der Herr sandte einen Engel, der vertilgte alle Kriegsleute und Obersten und Hauptleute im Lager des Königs von Assur, dass er mit Schanden wieder in sein Land zog. Und als er in seines Gottes Haus ging, fällten ihn dort durchs Schwert seine Söhne, die von seinem eigenen Leibe gekommen waren. So half der Herr dem Heskiah und denen zu Jerusalem aus der Hand Sanheribs des Königs von Assur und aus der Hand aller anderen und gab ihnen Ruhe ringsumher, dass viele dem Herrn Geschenke brachten nach Jerusalem und Kleinode für Heskiah, den König von Judah. Und er wurde danach hoch erhoben vor allen Heiden. Zu dieser Zeit wurde Heskiah todkrank, und er betete zum Herrn, der redete mit ihm und tat an ihm ein Wunder. Aber Heskiah vergalt nicht nach dem, was ihm geschehen war, denn sein Herz überhob sich. Darum kam der Zorn über ihn und über Judah und Jerusalem. Da demütigte sich Heskiah darüber, dass sein Herz sich überhoben hatte, samt denen in Jerusalem. Darum kam der Zorn des Herrn nicht mehr über sie, solange Heskiah lebte. Und Heskiah hatte sehr großen Reichtum und Ehre und sammelte sich Schätze von Silber, Gold, Edelsteinen, Spitzerei, Schilden und allerlei kostbarem Gerät, und baute Vorratshäuser für den Ertrag an Getreide, Wein und Öl und Ställe für die verschiedenen Arten von Vieh und Hürden für die Schaffe. Und er baute sich Städte und hatte Vieh die Menge an Schafen und Rindern, denn Gott gab ihm sehr großes Gut. Das ist der Heskiah, der die obere Wasserquelle des Gihon verschloss und sie hinunterleitete westwärts zur Stadt Davids, denn es gelangen Heskiah alle Lanewerke. Als aber die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, um nach dem Wunder zu fragen, das im Lande geschehen war, verließ ihn Gott, um ihn zu versuchen, damit kundwürde alles, was in seinem Herzen war. Was aber mehr von Heskiah zu sagen ist und seine barmherzigen Taten, siehe, das steht geschrieben in den Geschichten des Propheten Jesaja, des Sohnes des Amots, im Buch der Könige von Judah und Israel. Und Heskiah legte sich zu seinen Vätern und sie begruben ihn über den Gräbern der Söhne Davids. Und ganz Judah und die Einwohner von Jerusalem gaben ihm Ehre bei seinem Tod, und sein Sohn Manasseh wurde König an seiner Stadt. Kapitel 33 Manasseh war zwölf Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn missfiel, nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Er baute die Opferhöhen wieder auf, die sein Vater Heskiah zerstört hatte, und errichtete den Baalen Altäre und machte Bilder der Aschera und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Hause des Herrn, von dem doch der Herr gesagt hatte, zu Jerusalem soll mein Name sein ewiglich, und baute Altäre dem ganzen Heer des Himmels in beiden Vorhöfen am Hause des Herrn. Und er ließ seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal Beninum, und achtete auf Zeichen und Vogelgeschrei, und trieb Zauberei und bestellte Geister, Beschwörer und Zeichendeuter, und tat viel, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Er stellte auch das Bild des Götzen, das er machen ließ ins Haus Gottes, von dem Gott zu David gesagt hatte, und zu seinem Sohn Salomo, »In diesem Hause zu Jerusalem, das ich erwählt habe vor allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich, und will nicht mehr den Fuß Israels weichen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern bestimmt habe, sofern sie halten und alles tun, was ich ihnen durch Mose geboten habe, nach dem ganzen Gesetz, den Geboten und Rechten.« Aber Manasseh verführte Judah und die Einwohner von Jerusalem, dass sie es ärger trieben, als die Heiden, die der Herr vor den Kindern Israel vertilgt hatte. Und wenn der Herr zu Manasseh und seinem Volk reden ließ, merkten sie nicht darauf. Darum ließ der Herr über sie kommen die obersten des Heeres des Königs von Assur, die nahmen Manasseh gefangen mit Fesseln und legten ihn in Ketten und brachten ihn nach Babel. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten und erhörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasseh, dass der Herr Gott ist. Danach baute er die äußere Mauer an der Stadt Davids westwärts zum Gihon hin im Tal und wo man zum Fischtor hineingeht, und führte sie um den Ophel und machte sie sehr hoch. Und er legte Hauptleute in alle festen Städte Judas. Er entfernte die fremden Götter und den Götzen aus dem Hause des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte, auf dem Berge des Hauses des Herrn und in Jerusalem, und warf sie hinaus vor die Stadt. Und er stellte den Altar des Herrn wieder her und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer und befahl Judah, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch dem Herrn, ihrem Gott. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist, und sein Gebet zu seinem Gott und die Reden der Seher, die zu ihm redeten im Namen des Herrn, des Gottes Israels, siehe, das alles steht in den Geschichten der Könige von Israel. Und sein Gebet, und wie der Herr ihn erhörte und alle seine Sünde und Missetat, und die Städten, wo er die Opferhöhen baute, und die Bilder der Aschera und Götzen wieder aufstellte, ehe er sich demütigte, siehe, das steht geschrieben in den Geschichten der Seher. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn in seinem Hause. Und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stadt. Zweiundzwanzig Jahre alt war Amon, als er König wurde, und er regierte zwei Jahre zu Jerusalem, und tat, was dem Herrn Missfiel, wie sein Vater Manasse getan hatte. Und Amon opferte allen Götzen, die sein Vater Manasse gemacht hatte und diente ihnen. Aber er demütigte sich nicht vor dem Herrn, wie sich sein Vater Manasse gedemütigt hatte, sondern häufte noch mehr Schuld auf. Und seine Großen machten eine Verschwörung gegen ihn und töteten ihn in seinem Hause. Da erschlug das Volk des Landes alle, die die Verschwörung gegen den König Amon gemacht hatten. Und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josiah zum König an seiner Stadt. Kapitel 34 Acht Jahre alt war Josiah, als er König wurde, und er regierte einunddreißig Jahre zu Jerusalem, und tat, was dem Herrn Wohl gefiel, und wandelte in den Wegen seines Vaters David, und wich weder zu rechten noch zu linken. Im achten Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen, und im zwölften Jahr fing er an, Judah und Jerusalem zu reinigen, von den Opferhüllen und den Bildern der Aschera, von den Götzen und gegossenen Bildern. Und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altäre der Baale, und die Rauchopfersäulen oben darauf hieb er ab, und die Bilder der Aschera und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerbrach er und machte sie zu Staub, und streute ihn auf die Gräber derer, die ihn geopfert hatten. Und verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären und reinigte so Judah und Jerusalem. So tat er auch ringsumher in den Städten Manasses, Ephraims, Simeons und bis nach Naphtali auf ihren Plätzen. Und als er im ganzen Lande Israel die Altäre und Bilder der Aschera abgebrochen, und die Götzenbilder zertrümmert und zermalmt, und alle Rauchopfersäulen umgehauen hatte, kehrte er zurück nach Jerusalem. Im achtzehnten Jahr seiner Herrschaft, als er das Land und das Haus des Herrn gereinigt hatte, sandte er Schafan, den Sohn Azaljas, und den Stadthauptmann Maaseia und den Kanzler Joach, den Sohn des Joachas, das Haus des Herrn, seines Gottes auszubessern. Und sie kamen zu dem hohen Priester Hilkia, und man gab ihnen das Geld, das zum Hause Gottes gebracht war, und das die Leviten, die an der Schwelle Wache hielten, von Manasseh, Ephraim und von allen in Israel übriggebliebenen gesammelt hatten, und von ganz Judah und Benjamin und von denen, die in Jerusalem wohnten. Und sie gaben es in die Hände der Werkmeister, die bestellt waren, am Hause des Herrn. Und diese, die da arbeiteten am Hause des Herrn, dass sie das Haus ausbesserten und instand setzten, gaben es den Zimmerleuten und Bauleuten, um gehauene Steine zu kaufen und Holz zu klammern und Balken für die Gebäude, die die Könige von Judah hatten, verfallen lassen. Und die Männer arbeiteten am Werk auf Treu und Glauben. Und es waren über sie gesetzt als Aufseher Jahat und Obatya, die Leviten von den Söhnen Merari, Zacharia und Meshulam von den Söhnen der Kehatiter. Und die Leviten, alle waren kundig des Seitenspiels, waren über die Lastträger gesetzt und waren auch Aufseher über die Arbeiter bei jedem Werk. Einige der Leviten waren Schreiber, Amtleute und Torhüter. Und als sie das Geld herausnahmen, das zum Hause des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkiah das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Und Hilkiah hob an und sprach zu dem Schreiber Schaffan, ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkiah gab das Buch Schaffan. Schaffan aber brachte es zum König und gab ihm Bericht und sprach, alles, was deinen Knechten befohlen ist, tun sie. Sie haben das Geld ausgeschüttet, das im Hause des Herrn gesammelt ist, und haben es denen gegeben, die bestellt sind, und den Arbeitern. Und der Schreiber Schaffan sagte dem König, der Priester Hilkiah hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las vor dem König daraus vor. Und als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkiah und Ahikam, dem Sohn Schaffans, und Abdon, dem Sohn Michas, und Schaffan, dem Schreiber, und Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach, geht hin. Befrag den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen von Israel und Judah über die Worte des Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehalten haben das Wort des Herrn und nicht alles taten, was geschrieben steht in diesem Buch. Da ging Hilkiah samt den anderen, die der König gesandt hatte, hin, zu der Prophetin Hulda, der Frau Schalums, des Sohnes Tokhatz, des Sohnes Hasras, des Kleiderhüters, die in Jerusalem wohnte, im zweiten Bezirk der Stadt, und sagten ihr dies. Und sie sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und seine Einwohner, alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, aus dem man vor dem König von Judah gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, um mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Und mein Grimm soll über diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Und zum König von Judah, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr so sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte angeht, die du gehört hast, weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner, und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich versammeln zu deinen Vätern, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Und sie sagten es dem König wieder. Da sandte der König hin und ließ zusammenkommen alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn und alle Männer Judas und die Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten und alles Volk, klein und groß. Und es wurden vor ihren Ohren gelesen, alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Und der König trat an seinen Platz und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass man dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, Ordnungen und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele halten wolle, zu tun nach allen Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und er ließ hintreten alle, die in Jerusalem und in Benjamin waren, und die Einwohner von Jerusalem taten nach dem Bund Gottes, des Gottes ihrer Väter. Und Josia entfernte alle gräulichen Götzen aus allen Gebieten Israels und brachte es dahin, dass alle in Israel dem Herrn, ihrem Gott, dienten. Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, dem Gott, ihrer Väter. Kapitel 35 Und Josia hielt dem Herrn Passa in Jerusalem, und sie schlachteten das Passa am vierzehnten Tage des ersten Monats. Und er bestellte die Priester zu ihrem Dienst und ermutigte sie zu ihrem Amt im Hause des Herrn, und sprach zu den Leviten, die ganz Israel lehrten und dem Herrn geheiligt waren, bringt die heilige Lade ins Haus, das Salomo, der Sohn Davids, des Königs von Israel gebaut hat. Nun sollt ihr sie nicht mehr auf den Schultern tragen. So dient nun dem Herrn, eurem Gott und seinem Volk Israel, und seid bereit, nach euren Sippen, in euren Ordnungen, wie sie aufgeschrieben sind von David, dem König von Israel, und seinem Sohn Salomo. Und stellt euch im Heiligtum auf, entsprechend den Abteilungen der Sippen eurer Brüder aus dem Volk, je eine Abteilung einer Sippe der Leviten, und schlachtet das Passa, und heiligt euch, und bereitet es für eure Brüder, dass sie tun nach dem Wort des Herrn durch Mose. Und Josia gab als Opfergabe für das Volk Lämmer und junge Ziegen, alles zu dem Passa für alle, die sich versammelt hatten, an Zahl dreißigtausend, und dreitausend Rinder, alles von dem Gut des Königs. Seine Oberen aber gaben als Opfergabe freiwillig für das Volk und für die Priester und Leviten. Hilkiah, Zacharia und Jehiel, die Vorsteher im Hause Gottes, gaben den Priestern zum Passa zweitausend sechshundert Lämmer und Ziegen, dazu dreihundert Rinder. Kanania aber und seine Brüder Shemaja und Nathanael, sowie Haschabja, Jehiel und Josabat, die Vorsteher der Leviten, gaben als Opfergabe den Leviten zum Passa fünftausend Lämmer und Ziegen, und dazu fünfhundert Rinder. So wurde der Gottesdienst geordnet, und die Priester standen an ihren Plätzen und die Leviten in ihren Abteilungen nach dem Gebot des Königs, und sie schlachteten das Passa, und die Priester nahmen das Blut aus der Hand der Leviten und sprengten, und die Leviten zogen die Haut ab. Und die Brandopfer sonderten sie ab, um sie den Abteilungen der Sippen des Volkes zu geben, damit diese dem Herrn opferten, wie es geschrieben steht im Buch des Mose. So taten sie auch mit den Rindern, und sie kochten das Passa am Feuer, wie sich's gebührt. Aber was geheiligt war, kochten sie in Töpfen, Kesseln und Schüsseln, und brachten es schnell allem Volk. Danach aber bereiteten sie auch für sich und für die Priester, denn die Priester, die Söhne Aaron, hatten mit dem Brandopfer und dem Fett bis in die Nacht zu tun. Darum mussten die Leviten für sich und für die Priester die Söhne Aaron zubereiten. Und die Sänger, die Söhne Asaph, standen an ihren Plätzen nach dem Gebot Davids und Asaphs und Heman's und Jedutun's, der Seher des Königs, und die Torhüter an allen Toren, und sie wichen nicht von ihrem Dienst. Denn die Leviten ihre Brüder bereiteten auch für sie zu. So wurde geordnet aller Gottesdienst des Herrn an diesen Tage, um hinfort Passa zu halten und Brandopfer darzubringen auf dem Altar des Herrn, nach dem Gebot des Königs Josia. So hielten die Kinder Israel, die sich versammelt hatten, zu dieser Zeit das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage lang. Man hatte aber kein Passa gehalten in Israel, wie dies von der Zeit des Propheten Samuel an, und kein König in Israel hatte das Passa so gehalten, wie Josia Passa hielt, mit den Priestern, Leviten, ganz Judah und allen, die von Israel sich versammelt hatten, und den Einwohnern von Jerusalem. Im achtzehnten Jahr der Herrschaft Josias wurde dies Passa gehalten. Nachdem aber Josia das Haus des Herrn hergerichtet hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um Krieg zu führen bei Karkemisch am Euphrat. Und Josia zog aus ihm entgegen. Aber Necho sandte Boten zu ihm und ließ ihm sagen, was habe ich mit dir zu tun, König von Judah? Ich komme jetzt nicht gegen dich, sondern gegen das Königreich, mit dem ich Krieg habe, und Gott hat gesagt, ich soll eilen. Vergreif dich nicht an Gott, der mit mir ist, dass er dich nicht verderbe. Aber Josia ließ nicht ab von ihm, sondern schickte sich an, mit ihm zu kämpfen, und hörte nicht auf die Worte Nechos, die Gott zu ihm gesprochen hatte, und kam mit ihm zu kämpfen in der Ebene von Megiddo. Aber die Schützen schossen auf den König Josia, und der König sprach zu seinen Männern, führt mich fort, denn ich bin schwer verwundet. Und seine Männer huben ihn von dem Wagen und brachten ihn auf einen von seinen anderen Wagen und führten ihn nach Jerusalem, und er starb, und wurde begraben in den Gräbern seiner Väter. Und ganz Judah und Jerusalem trugen Leid um Josia. Und Jeremia sang ein Klagelied über Josia, und alle Sänger und Sängerinnen klagten in ihren Liedern über Josia bis auf diesen Tag, und das wurde zum festen Brauch in Israel. Siehe, diese Lieder stehen geschrieben unter den Klageliedern. Was aber mehr von Josia zu sagen ist, und seine barmherzigen Taten, wie sie dem Gesetz des Herrn entsprachen, und seine Geschichte, die frühere und die spätere, siehe, das alles steht geschrieben im Buch der Könige von Israel und Judah. Kapitel 36 Und das Volk des Landes nahm Joachas, den Sohn Josias, und machte ihn zum König an seines Vaters Stadt, zu Jerusalem. 23 Jahre alt war Joachas, als er König wurde, und er regierte drei Monate zu Jerusalem. Denn der König von Ägypten setzte ihn ab in Jerusalem und legte eine Geldbuße auf das Land von 100 Centern Silber und einem Centner Gold. Und der König von Ägypten machte El-Jakim seinen Bruder zum König über Judah und Jerusalem und wandelte seinen Namen um in Jo-Jakim. Aber sein Bruder Joachas nahm Necho und brachte ihn nach Ägypten. 25 Jahre alt war Joachim, als er König wurde, und er regierte elf Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn, seinem Gott, missfiel. Und Nebukadnezar, der König von Babel, zog gegen ihn herauf und legte ihn in Ketten, um ihn nach Babel zu führen. Auch brachte Nebukadnezar einige Geräte des Hauses des Herrn nach Babel und tat sie in seinen Tempel in Babel. Was aber mehr von Joachim zu sagen ist, und seine Gräueltaten, die er tat und was ihm sonst wieder fuhr, siehe das steht geschrieben im Buch der Könige von Israel und Judah. Und sein Sohn Joachim wurde König an seiner Stadt. 18 Jahre alt war Joachim, als er König wurde, und er regierte drei Monate und zehn Tage zu Jerusalem und tat, was dem Herrn, missfiel. Als aber das Jahr zu Ende ging, sandte Nebukadnezar hin und ließ ihn nach Babel holen mit den kostbaren Geräten aus dem Hause des Herrn und machte seinen Bruder Zedekiah zum König über Judah und Jerusalem. 21 Jahre alt war Zedekiah, als er König wurde, und er regierte elf Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn, seinem Gott, missfiel und demütigte sich nicht vor dem Propheten Jeremia, der da redete, wie der Herr zu ihm gesprochen hatte. Auch wurde er abtrünnig von Nebukadnezar, dem König von Babel, der einen Eid bei Gott von ihm genommen hatte, und wurde halsstarrig und verstockte sein Herz, so dass er sich nicht bekehrte zu dem Herrn im Gott Israels. Auch alle oberen Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit all den gräulichen Sitten der Heiden und machten unrein das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte, in Jerusalem. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab. Da führte er gegen sie heran, den König der Chaldea, und ließ ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erschlagen im Haus ihres Heiligtums, und verschonte weder die Jünglinge noch die Jungfrauen, weder die Alten noch die Greise. Alle gab er sie in seine Hand. Und alle Geräte im Hause Gottes, große und kleine, die Schätze im Hause des Herrn und die Schätze des Königs und seiner Oberen, alles ließ er nach Babel führen. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer Jerusalems ein, und alle ihre Burgtürme brannten sie mit Feuer aus, sodass alle ihre kostbaren Geräte zunichte wurden. Und er führte weg nach Babel alle, die das Schwert übrig gelassen hatte, und sie wurden seine und seiner Söhne Knechte, bis das Königtum der Perser zur Herrschaft kam, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias. Das Land hatte die ganze Zeit über, da es wüste, lag Sabbat, bis es an seinen Sabbaten genug hatte, auf das siebzig Jahre voll wurden. Aber im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, das er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ, so spricht Kyrus, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Judah. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott, und er ziehe hinauf.